Tada, Hallihallo und herzlich willkommen zu Sprechstunde Nummer, zum Glück habe ich den Spickzettel, 25, eine meiner Lieblingszahlen und heute haben wir was Spezielles vor, wir haben mal wieder einen Gast, wir haben früher mal mit Gästen experimentiert hier, als ich noch OBS hatte und da habe ich jeweils den Bildchen des iPads abgefilmt und den Ton mit einem Mikrofon aufgenommen und das war alles ein bisschen, na wie sollen wir sagen, improvisiert und ein Gebastel und heute klappt das hoffentlich viel, viel besser, wir haben es auch am Mittag auch schon ausprobiert, aber wir werden es jetzt rausfinden, großer Moment der Wahrheit hier im Livestream, wir haben einen Gast, wir wollen heute ja über den Mac Mini sprechen und da gibt es keinen besseren Experten als den guten Malte Kirchner. Malte Kirchner vom Apfelfunk, vom, ja woher kennt man ihn noch, von Heise natürlich und ich würde sagen, Hallihallo Malte, herzlich willkommen hier im Kanal, herzlich willkommen in der Sprechstunde. Ja, hallo Raphael, grüß dich. Der Abend ist schon gelaufen, man hat dich gehört, es hat funktioniert, ich gehe jetzt. Rensationell, warte, ich muss noch kurz umdekorieren, ich habe hier noch, ist da jetzt. Du hast auch gemeine Scherze, ich habe auch gemeine Scherze gemacht, aber du hast es ja nicht sehen können zum Glück. Ich muss noch mal kurz das Bild hier wieder justieren, nicht, dass jetzt die ganze Zeit der Hintergrund scharf gestellt ist. Ja, ein bisschen Product Placement kann nie schaden. Noch ganz schnell fürs Protokoll, Ton ist okay da draußen, alles okay, Daumen nach oben. Ah, guck, da kommen schon die ersten Star Trek Fans. Die Star Trek Fans? Und sagen Hallo. Ja, ja. Aha. Gary grüßt alle Trekkies. Ja. Also ich vermute mal, er meint die Star Trek Fans. Dann grüße ich doch mal zurück, ja. Ich habe ja mitbekommen, dass du wieder einen neuen Trek Cast aufgezeichnet hast, weil ich habe so viele Podcasts gehört in letzter Zeit. Da hat einfach Apple Podcast jeweils automatisch den nächsten gespielt und plötzlich kam wieder Malte und hat nicht mit Jean-Claude geplaudert, sondern über Star Trek, was natürlich großartig war. Das ist ja tatsächlich mein ältester Podcast, den ich schon seit 2012 mache. Und ich glaube auch einer der selten, am seltensten erscheinenden Podcasts in Deutschland, der wirklich, also letztes Jahr haben wir es auch zwei Ausgaben, glaube ich, gebracht im ganzen Jahr. Ja, und jetzt hattet ihr ja zu der Dings, wie heißt es da, die Zeichentrickserie. Genau, genau, Lower Decks, ja. Ich muss Malte noch ein bisschen lauter machen, hat mir jemand gesagt und das machen wir hiermit. So. Okay, aber Malte ist ein wenig leise, ja, ja, das haben wir schon behoben hier. Malte lauter schreibt auch, Jörg, sehr gut, sehr gut, auf das ist wirklich Verlass. Das war anfangs jeweils so ein Gemurkse da mit diesem OBS, da haben die Leute dann immer geschrieben, der Ton ist verzögert, es hakt, das Bild ruckelt und das kennst du auch. Das ist sehr angenehm, ja, ich muss auch sagen, so wie du es jetzt machst, ist es auch für den Gast sehr angenehm, weil vorher war es ja so, dass du ein Jahr, ich kann mich erinnern, du hast mich immer mal über FaceTime, glaube ich, auch zugestaltet, kann das sein? Ja, ja, wir haben das da über FaceTime. Ich habe einfach FaceTime abgefilmt. Ja, ja, richtig und das war auf der Gegenseite natürlich auch so ein bisschen skurril, wenn du dann über FaceTime so in so einer Sendung bist und irgendwie, naja, so einen ganz anderen Eindruck bekommst als das, was du nach außen sendest. Ja, also das war wirklich, das war wirklich so ein Gebastel und einmal musste ich doch noch irgendwas neu starten, als ihr mal beide zu Besuch wart und dann hat es gar nicht funktioniert. Da wart ihr zu Besuch, da habe ich jede Lust dran verloren, an diesen Gästen und jetzt mit eCamp funktioniert es wieder viel, viel einfacher. Ich muss mich eigentlich um nichts kümmern. Ich habe dir einfach einen Link geschickt und du hast draufgeklickt und tada, da bist du. Ja, ja, es ist schon echt Wahnsinn, wie sich das weiterentwickelt hat. Also vor ein paar Jahren war das ja echt noch ein Hexenwerk, irgendwie so ein Livestream, sich in einem Livestream zusammenzuschalten, ganz anders als bei so einer Audiokonferenz. Aber heute ist das ja wirklich in der Qualität auch. Ein gelöstes Problem. Ich habe heute die Meldung gekriegt, das Epoch-Cam, die haben jetzt so Gesichtsfilter wie TikTok. Magst du dich erinnern? Das haben wir anfangs genutzt, als wir damals mit dem Apfelfunk am Hörer angefangen haben. Da hatten wir alle die iPhones da vorne und hatten da diese Epoch-Cam-App und haben doch über die... Da konnte man per WLAN verbinden und per Kabel und... Genau, und dann lief es dann irgendwann mal so ganz kurz vor der Sendung. Du hattest dann schon den Schweiß im Nacken und dann ging die Sendung los und mittendrin, nach zehn Minuten war es dann vorbei. Ich sehe gerade, ich bin anscheinend immer noch ein bisschen leise. Ja, ich habe mich jetzt gerade heimlich, während du gesprochen hast, habe ich mich ein bisschen leiser gemacht und dich ein bisschen lauter. Das ist auch eine Art von Dominanz, ne? Ja, ja, genau. Das ist wie Leute, die in so einem Gespräch den höheren Stuhl haben und der andere sitzt so ganz tief versunken. Das ist dann gleich eine gesprächsvolle Idee. Das wäre der beste Trick. Und Markus schreibt gerade noch, er habe jetzt für diesen Livestream den Apfelfunk unterbrochen. Falls ihr also da ganz viele Abbrüche im dieswöchigen Podcast findet, Malte ist schuld. Das kann ich natürlich schwerlich gut heißen, aber da wäre jetzt fast die Frage, ob Markus denn schon zu der Stelle mit den Klingeltönen gekommen ist. So weit bin ich auch noch nicht. Ich bin, glaube ich, immer noch bei der Readle-Werbung, die er gemacht hat. Oder das ist das Magazin-Dings? Ja, ja, genau. Das ist diese Magazin-Flatrate. Da war ich ja überrascht, was alles dabei ist, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, dass die NZZ da dabei ist. Das ist erstaunlich, oder? Also ich finde das vor allem, ohne jetzt irgendwie Werbung zu machen, aber ich finde das vor allem erstaunlich, wie das so rein wirtschaftlich aufgeht. Ja, ich habe zugehört und gedacht, ihr habt immer mehr Namen aufgezählt und ich gedacht, meine Güte, das rechnet sich doch nicht. Ja, für Readly wahrscheinlich schon, aber ich frage mich halt bei den Verlagen, was da letzten Endes dann rüberkommt. Na, die hoffen vielleicht darauf, dass die Leute dann ein Abo abschließen. Aber apropos Abo abschließen, du musst nochmal ganz schnell erwähnen, wie dein Star Trek Podcast heißt. Der Electric Hellfire hat nämlich gefragt. Ja, der heißt ganz einfach nur Trackcast. Also findet man unter trackcast.de und natürlich in allen gut sortierten Podcast-Handlungen. Und da geht es um Star Trek Themen einfach. Da geht es um Star Trek Themen. Der ist damals entstanden, das war 2000, also wir, das Team, die wir das machen, Jan-Patrick Schlamet, Thorsten Kroke und ich, wir kennen uns schon seit 1998. Das ist so ein Jugendprojekt gewesen damals, dass ich so eine Star Trek Internetseite gemacht habe, den deutschen Star Trek Index. Das war so eine Art Yahoo für Internetseiten, also Star Trek Internetseiten. Ja, das waren auch so die Zeiten, wo man noch nicht mit Google unterwegs war. Ja, ja, ich weiß noch, wie wir uns mit unserem Blog oder mit unserer Webseite damals ins Yahoo-Ranking schummeln wollten, dass wir da irgendwo in der einen Kategorie sehr hoch landen. Das waren noch Zeiten. Und da war es halt so, dass es dann über die Zeit sind immer mehr Mitstreiter dazu gekommen und dann haben wir halt da so ein Nachschlagewerk auch draus gemacht mit Episodenbesprechungen und allem drum und dran. Haben auch sehr früh einen Podcast damals schon gemacht. Das war zu einer Zeit, als man das noch nicht Podcast nannte. Also da war es noch Webradio in einer grauenhaften Qualität aus heutiger Sicht, aber gut, das waren halt andere Zeiten. Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und dann war tatsächlich längere Pause. Ich war auch dann nach der Schulausbildung und durch das Berufliche dann auch, ja, hatte ich genug zu tun und irgendwie hat man das hinter sich gelassen. Und 2012 haben wir uns dann so wiedergefunden, weil wir damals dann diese Blu-ray-Veröffentlichung von The Next Generation dann irgendwie, ja, besprechenswert fanden. Und da haben wir gesagt, hm, warum machen wir da nicht mal einen Podcast? Das war auch eigentlich so eine Aktion, ja, auf der einen Seite thematisch, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen Freundschaftspflege, die man da einfach betrieben hat. So hat das angefangen. Peter hat übrigens noch einen Nachtrag zu unserem kurzen Readly-Gespräch. Nur die NZZ am Sonntag ist da dabei, nicht die volle NZZ. Ja, siehst du. Ja, gut, ich meine, das wäre ja auch sehr freundlich. Die alten Profis. Ja, Markus hat das Klingelton-Thema gehört. Ja, ich habe es auch gerade gelesen. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin sehr gespannt, was ihr da wieder erzählt habt von diesem Klingelton. Das ist mir vielleicht wichtig, an der Stelle einfach mal etwas klarzustellen, weil es immer wieder dann wütende Reaktionen gibt nach dem Motto, was macht ihr mit dem armen Zeier? Ein Witz auf meine Koste war es. Könnte sein, ich weiß es nicht. So kriegt ihr mich ja dazu, dass ich den Podcast so sklavisch höre. Ich muss einfach immer schauen, was ihr damit für Witze macht. Das ist ja genau der Trigger, den wir da mal setzen, damit du dich dann, damit du darauf angesprochen wirst und möchtest dann informiert sein, was da los ist. Aber es ist ja tatsächlich so, wir haben eine etwas merkwürdige Art, uns unsere Freundschaft zu zeigen, aber es ist ja wirklich nie böse. Und das ist eigentlich etwas, was ich dann auch mal Leuten zurückschreibe, die sagen, jetzt geht es aber zu weit. Der arme Raphael. Das Lustige ist ja, ich lache mich ja immer Schepps und jetzt, wo ich wieder öfters unterwegs bin und Podcasts höre und dann hörst du irgendwie einen XY-Podcast und der plätschert so an dir vorbei und dann kommt der Apfelfunk und dann plötzlich machen sie einen Witz auf deine Rechnung. Und da habe ich schon öfters im Zug laut rausgelacht und die Leute dachten, jetzt ist er total komisch geworden. Das ist immer ein großes Highlight, da freue ich mich immer riesig drüber. So, bevor wir zum Mac Mini kommen, Jan hat nämlich schon die erste Frage noch ganz schnell, der Hinweis kann, kann ich halt gefragt, mit welchem Programm ich aufnehme. Das ist Ecam, das gibt es nur für den Mac, weil ich hatte anfangs ja OBS, hatten wir es anfangs kurz davon. OBS kann alles, OBS ist wie Android. Man kann alles damit machen, wenn man rauskommt und wenn man wie ich ist und nicht rauskommt, ist es eine Qual. Und darum habe ich mir was gesucht, wo ich nicht so viele Fehler mitmachen kann und wo ich einfach losschwafeln kann, wenn man kein Team hat und nicht programmieren kann. Und da war Ecam einfach super praktisch. Kostet ein bisschen was, aber dafür funktioniert es und ich bin viel entspannter und habe wieder Spaß an Live bekommen, weil da mit OBS, ich bin fast verzweifelt, streckenweise, weil dann wieder irgendetwas gehängt hat. Und da, als die Umstellung auf den M1 kam und das war anfangs nicht optimiert für die Apple-Prozessoren, war es ein bisschen mühsam. Weil ich mache das ja alles mit dem Mac Mini und da wollen wir eigentlich drüber reden. Wir haben den Malte ja teuer eingekauft, um Mac Mini-Fragen zu beantworten und nicht über Star Trek zu sprechen. Also von daher. Ich bin für jeden Spaß zu haben. Da kommen nämlich schon die ersten Fragen dazu, aber ich würde erstmal schnell sagen, wir müssen ganz schnell erklären, Malte, wir nutzen ja beide den Mac Mini. Ich aktuell, dieser Livestream hier läuft über den Mac Mini, über den allerersten Mac Mini mit M1. Ich habe das günstigste Modell damals gekauft mit 8 GB RAM, 256er Festplatte. Das Einzige, was ich mir zusätzlich geleistet habe, ist der 10 GB Anschluss. Nicht, weil ich den wahnsinnig dringend bräuchte, aber weil ich eben schon 10 GB Glasfaser habe, wollte ich das mal ausprobieren können. Und ich bilde mir ein, dass es jetzt für die 4K-Livestreams hilfreich ist. Aber eine 1 GB Leitung würde eigentlich auch reichen. Malte, du hast abgegradet. Ich habe abgegradet, genau. Ich habe ja auch so angefangen wie du mit dem Mac Mini, dass ich den M1 Mac Mini mir seinerzeit gekauft habe. Das war so mein Testrechner, um in diese Apple Silicon Welt mal reinzuschnuppern. Und dementsprechend, weil der eigentlich nicht gedacht war, mein Hauptrechner zu werden, habe ich den Minimal ausgestattet gekauft. Also mit den 8 GB RAM und 256 GB SSD. Also alles wirklich Schmalspurprogramm. Es hat sich gerecht, weil es war wirklich so, es hat nicht lange gedauert und ich habe nur noch auf dem gearbeitet. Und ich habe meinen iMac 5K immer sträflich vernachlässigt. Aber es war halt dann die ganze Zeit das Problem, dass der halt einfach, ja es kniff irgendwann halt. So mit dem Arbeitsspeicher, wenn du Videoschnitt machst, wenn du programmierst mit Xcode. Und natürlich allen voran die SSD, die einfach, also auch wenn ich dann mit externen SSDs noch gearbeitet habe. Aber es ist schon erstaunlich, wie das Mac Betriebssystem doch immer wieder dann doch auf die Hauptplatte dann zurückgreift bei vielen Dingen. Und das einfach, ja einfach mühsam auch ist und ich musste ständig aussortieren. Und dann habe ich die ganze Zeit gewartet, dass dieser, der damals schon spekulierte M1 Pro Mac Mini kommt, von dem ja mal die Rede war. Aber der kam ja nicht. Und dann kam jetzt, dann kam jetzt alle möglichen Max. Ja, da haben wir ewig hin und her geschrieben, weil wir beide das Ding eigentlich haben wollten. Wir haben beide Ende letztes Jahres, haben wir eigentlich darauf gehofft, dass das Ding jetzt kommt. Und haben Budget zur Seite gelegt und dann kam es nicht. Das ganze Jahr 2022 ist eigentlich dafür draufgegangen, darauf zu warten. Und dann war ich schon ganz verzweifelt und habe ihn abgeschrieben. Ich war schon kurz davor, jetzt zu sagen, ich habe ja damit gerechnet, dass da jetzt neue MacBook Pros kommen, 14 Zoll, 16 Zoll mit M2 Pro und M2 Max. Und du erinnerst dich vielleicht, ich habe dir dann immer mal in so einem Privatchat geschrieben, weißt du was, wenn die kommen, kaufe ich mir da so einen 14 Zoller. Das ist vorbei jetzt mit dem Mac Mini, da kommt nichts mehr. Ja, ja, genau. Du hast noch überlegt, welches Modell und ob es da auch funktionieren könnte und hast dich eigentlich schon damit angefreundet gehabt. Genau, genau. Und dann kam ja wirklich tatsächlich alles auf einen Schlag. Gott sei Dank, nicht jetzt erst die MacBook Pros und dann der Mac Mini zwei Monate später, das wäre ja der Supergaugel. Das wäre super fies. Also das ist eigentlich noch fair von Apple, jetzt wo du es erzählt hast, dass sie die gebundelt haben. Weil sonst hättest du dir den 14er gekauft und zwei Monate später hättest du ein Problem gehabt. Da hätte ich mich wirklich geärgert drüber. Wobei, ich meine, man muss ja sagen, diese M2 Pro, M2 Max, MacBook Pros sind ja auch großartig. Ja, ja. Es wäre jetzt kein Reinfall gewesen, aber es wäre trotzdem einfach, meine Liebe zum stationären Mac, zum Mac Mini ist schon ein Stück weit noch größer. Ja, und dann kam halt der M2 Pro des Weges. Und dann habe ich natürlich dann zugeschlagen, 32 GB, 2 TB SSD. Und es ist ein Traum, es ist wirklich ein Traum. Ja, und es reicht für alles. Also da kannst du ja wirklich draufwerfen, was du willst. Ja, total. Also ich staune immer noch jeden Tag, so gerade diese anspruchsvollen Anwendungen, wenn du Videos schneidest und eben mit Xcode da programmierst. Es ist immer noch wirklich der Unterschied spürbar im Alltag. Und die Frage kam vorhin, ich muss sie gerade suchen. Ah, da ist sie genau. Du hast das Studio Display, gell? Ja, ja, ich habe das Studio Display. Das hatte ich mir tatsächlich aber schon vorher gekauft. Das hat den gleichen Werdegang genommen wie mit dem 5K iMac. Ich hatte damals ein iMac aus 2011 und war eigentlich noch sehr zufrieden damit. Und dann hatte ich den 5K iMac irgendwann mal zum Test. Und wenn du einmal dich auf dieses Seherlebnis dann eingestellt hast und gehst dann zurück zu dem alten Display, ja, da war es für mich geschehen. Und so war es mit dem Studio Display auch. Ich war eigentlich wirklich so argumentativ jemand, der gesagt hat, oh, puh, 5K, ach, brauche ich jetzt auch nicht mehr unbedingt und der Preis und überhaupt und so weiter. Ja, und dann hatte ich das ein paar Wochen mal zum Test und es gab kein Leben mehr danach. Ich brauchte dieses Studio Display. Das ist das Gemeine mit diesen Testgeräten. Ich habe ja auch mein Teststudio Display zurückgeschickt. Und am selben Tag ist glücklicherweise mein eigenes angekommen, weil ich auch nachgegeben habe. Also die Frage nach dem Display für das Mac Mini ist halt wirklich, ich hatte ja anfangs, ich dachte, ich knausere und nehme mein altes von 2010. Ich habe so ein Samsung-Irgendwas-View, so Plexiglasrand, so leicht rot schimmernd, so 70er-Jahre-Vibe, sieht ein bisschen aus wie eine Lavalampe. Der hat anfangs überhaupt nicht funktioniert, der Mac Mini. Das war ja, dich habe ich nicht so sehr damit belästigt. Der Kollege Jean-Claude hat das alles abbekommen, weil er mal gesagt hat, ich solle mich nur melden, wenn ich Mac-Fragen habe. Das bereut er inzwischen ja bitterlich. Und den habe ich erst per HDMI angeschlossen und es hat einfach nicht funktioniert. Hat alles nur so regenfogenfarbig ausgeschaut und hat sich dann irgendwann herausgestellt, der Display ist so alt, der hatte noch einen alten, schon den HDMI-Stecker, aber nicht denselben Standard, den man heute verwendet. Und darum hat es nicht funktioniert. Da muss ich dann ein Kabel kaufen mit irgendwie Display-Port oder DVI oder wie das Zeug es immer heisst, auf HDMI. Und da hat er dann endlich funktioniert. Und ich habe mir eigentlich eingeredet, der reicht. Und dann kam eben auch dieses Test-Dings von Apple, was ich hier hatte. Und danach wollte ich mir einen neuen Monitor kaufen und ich habe wirklich, ich habe so lange nach Monitoren gesucht. Und ich habe einfach nichts gefunden, was mir Freude gemacht hätte oder wo es sich gelohnt hätte, Geld auszugeben. Und ich habe es nie bereut. Das ist auch genau der Punkt. Das Gesamtpaket ist halt bestechend. Also wenn du jetzt für Design und Ästhetik empfänglich bist, dann ist das zum Beispiel so ein Punkt. Dann, was mich auch begeistert hat, ist einerseits diese stufenlose Verstellung, wenn du diese Höhenoption hast, diese Höhenverstellung. Die hast du, gell? Die habe ich, ja, ja. Ich meine, das ist ja auch nochmal ein ganz schöner Aufpreis, den Apple dafür verlangt, der wirklich nicht ohne ist. Aber für mich ist das eigentlich sehr angenehm, weil ich habe ja hier auch, ich arbeite ja im Homeoffice weitgehend. Und dass man so den, sag ich mal, für den Rücken dann irgendwie das nochmal ein bisschen hoch und runter machen kann, das Display. Das ist schon ganz angenehm. Und das geht halt wirklich so stufenlos. Das ist so wirklich, ja, auf eine ganz angenehme Art. Und dann ist es natürlich, das habe ich anfangs auch nicht gedacht, aber der Sound, also die Lautsprecher, die da eingebaut sind und die Mikrofone, interessanterweise. Also ich kann mit diesem Studio Display an unseren täglichen Konferenzen teilnehmen und ich muss da keine Kopfhörer tragen. Und die Kollegen haben mir mal gesagt, sie würden es nicht merken, dass das über Freisprechen bei mir geht. Ja, das ist lustig. Für mich ist das Studio Display, das habe ich auch, das war auch ein Grund, warum ich es unbedingt wieder haben wollte. Das ist einfach so ein sorglos Videotelefoniegerät. Die Webcam ist mehr als gut genug, die Lautsprecher sind sensationell und die Mikrofone eben auch. Ich brauche praktisch keine externen Webcams oder Geräte mehr, wenn ich irgendwie mit jemandem telefoniere. Ich nehme immer das Studio Display, das ist einfach so zuverlässig. Es funktioniert einfach, ich muss mich nicht kümmern. Und ja, dass mein Gesicht viel zu rot ist, damit kann ich in den meisten Fällen leben. Gesunde Gesichtsfarbe. Ja, ich habe wirklich so einen blöden Hautton, der mit Apple-Produkten nicht harmoniert. Ich sehe immer unglaublich rot aus. Also darum nehme ich da lieber die Kamera jetzt für den Livestream, sonst wäre es nicht so hübsch. Gut, ich meine, da sind wir aber auch so ein bisschen verwöhnt einfach. Weil wenn du YouTube machst und wenn du auch jetzt bei Livestreams ein gewisses Qualitätsempfinden hast, dann wirst du mit Webcams mit den allermeisten sowieso nicht so wirklich glücklich, weil die immer irgendwie mit Abstrichen daherkommen. Allein dieser fehlende Tiefeneffekt ist für mich immer schon so ein Punkt. Ich finde das einfach mal sehr ästhetisch, wenn der Hintergrund so leicht verschwimmt und du vorne eben die Schärfe hast. Und das leisten diese Kameras ja alle nicht. Aber ja, am Ende ist es halt eine zweckmäßige Kamera und geht schon in Ordnung. Im Chat wird gerade gesagt, ja, der Monitor ist einfach zu teuer. Das ist ja so eine Dauerdiskussion. Auf der einen Seite kann man ja sagen, im Kontext der 5K-Monitore, die da so am Markt sind, ist er ja gar nicht so teuer. Du kommst da auch nicht wesentlich günstiger bei weg und hast aber gleichzeitig Abstriche teilweise. Nichtsdestotrotz ist es eine Summe. Definitiv, da kann man auch nichts beschönigen. Da muss man schon investieren und das ist eben auch eine Frage. Braucht man das für sich selber wirklich? Wertschätzt man das? Das ist wirklich, glaube ich, sehr individuell. Ja, bei mir waren ja zwei andere Kategorien der Ausschlaggebend. Also das, was wir bis jetzt erwähnt haben, das ist einfach sehr, sehr willkommen und toll. Aber bei mir das Kaufkriterium für das Studio Display war erstens der USB-Hub hinten dran. Weil ich habe während dem Test mit dem Apple Studio Display mein Studio Setup umgebaut und dann gemerkt, wie praktisch es ist, wenn ich da hinten gleich noch drei USB-C-Anschlüsse habe, die einfach gut sind und zuverlässig sind. Und dann habe ich festgestellt, das ist ja voll doof, wenn ich die jetzt nicht mehr habe, dann muss ich jetzt wieder zurück auf mein altes Setup. Wie habe ich das nochmal gemacht? Muss ich wieder zurückstöpfen? Das war ein Grund. Und das andere war einfach, ich wollte einen Monitor, der mir optisch Freude macht, der ohne Logos daherkommt, der nicht irgendwie leuchtet, der auch von hinten schön ausschaut. Und da wurde es einfach so schwierig. Ich habe mir dann Dell-Monitore angeguckt, ich fand die sehr spannend. LG hat einen so, der schon so einen Arm hat. Aber am Schluss habe ich mir dann irgendwann gesagt, komm, jetzt reicht es. Sei nicht so knausrig. Du hast dir schon den billigsten Mac Mini gekauft, das liegt doch mal drin. Und dann habe ich mir das Studio-Display gekauft. Aber ich habe die Variante ohne Höhenverstellung, die habe ich weggespart, weil ich festgestellt habe, ich nutze das nicht. Was ich mir dafür geleistet habe, ist das Nano-Glas. Ich hatte damals, auch bei diesem gefährlichen iMac 5K, hatte ich das Testmodell mit Nano-Glas. Und ich fand das damals unglaublich umwerfend. Und das habe ich nie wieder vergessen, diesen iMac mit 5K und Nano-Glas bei uns zu Hause. Das war einfach so wunderschön. Und als ich das Studio-Display auch hatte, war ich sehr versucht. Und habe mir dann, just an einem Tag, als große Rabattaktion war, bei einem Schweizer Discounter, habe ich mir das Modell dann mit Nano-Glas gekauft, weil genau das war vorrätig. Da habe ich tatsächlich auch lange drüber nachgedacht. Also das hat mich auch gereizt. Aber ich habe dann festgestellt, und glücklicherweise habe ich recht behalten, dass die Lichtsituation hier so mit dem Fenster, was ich hier neben mir habe, da jetzt nicht so ist, dass es irgendwie großartig spiegelt oder reflektiert. Hans hat nach dem Reinigungstuch gefragt. Immer griffbereit. Sehr gut. Braucht man für das Studio-Display mit Nano-Glas. Deins hat kein Tuch dabei, oder hat es auch eins dabei? Ich habe, glaube ich, keins entdeckt. Ich müsste jetzt tatsächlich den großen Karton nochmal aufmachen. Du wirst lachen. Ich habe es auch erst auf dem zweiten Anlauf gefunden in der Box. Ja, das war dann mal so eine hektische Aktion, das aufzubauen, dass ich nicht da die Hand für ins Feuer legen möchte, dass ich das glatt übersehen habe. Aber beim Glatten braucht es das ja nicht so zwingend, dieses Hightech-Tuch. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja, da kannst du ein ganz normales Mikrofasertuch dann eben auch, dass du sowieso meistens ja zur Hand hast für Technik dann eben da bemühen. Aber jetzt sind wir abgespeichert. Kubus hat noch schnell eine Frage, ob externe Lautsprecher. Ich habe eben keine externen Lautsprecher. Du auch nicht, oder? Nein, habe ich auch nicht. Ich hatte tatsächlich lange Zeit mal darüber nachgedacht. Ich meine, da sind wir schon fast beim Mac Mini. Das Thema Lautsprechersituation ist dort ja definitiv eine, die man dann hat, wenn man es nicht mehr... Ja, es ist ja fast peinlich, wie schlecht die Lautsprecher in diesem Mini immer noch sind. Ja, immer noch. Und du sagst es, das ist für mich eigentlich der Punkt. Es waren ja viele schon am Lästern beim Mac Mini M1, wo sie gesagt haben, wie kann man bloß so einen quäkenden Lautsprecher da einbauen. Und das habe ich Apple noch verziehen. Aber dass jetzt auch ein Mac Mini, der ja Pro-Ansprüchen genügen soll, da auch nur so ein Quäkteil drin hat, ich weiß nicht, ist das so eine Kunst, da jetzt ein halbwegs passabel... Ich will ja gar nicht jetzt irgendwie so eine Dolby Atmos-Kiste da drin haben. Nein, nur schon die iPhone-Lautsprecher würden ja reichen. Ja, genau, zum Beispiel. Also das wäre doch schon großartig, wenn man die da drin hätte. Aber jedes Mal, wenn da... Ja, stimmt. Aber wirklich. Also es ist wirklich das Apple-Gerät, wo es einfach am schlechtesten klingt. Also ich erschrecke immer, wenn ich aus Versehen den Ton in den Mac Mini leite und der Ton da rauskommt und denkst du so... Also ich glaube, der Lautsprecher ist nur optimiert, um dieses Startgeräusch zu machen und alles andere geht dann im Bach runter. Ja, und wahrscheinlich so ein fataler Absturz dann geschieht, dass es dann einmal quiekt oder irgendwie sowas. Es gibt doch da diese Updates manchmal auch, wo der Bootloader dann aktualisiert wird. Da macht doch der Mac dann auch manchmal so ein komisches Geräusch dann, dass es so quietscht. Das ist mir, glaube ich, noch gar nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich das auf dem Apple Silicon Mac schon mal hatte oder auf dem Intel iMac. Auf jeden Fall hatte ich mal irgendwann so ein Update da. Das war ganz komisch auch. Dann, genau. Ich hatte halt nie ein Intel Mac, ehrlich gesagt. Darum habe ich das vermutlich gar nie erleben können. Ja. Vielleicht hat Apple das dann auch mit Intel beerdigt, dass das tatsächlich dann aus der Zeit stammt. Ja, dieses blöde Geräusch. Aber das Ding ist auch, ich brauche gar nicht so... Ganz viele YouTuber haben ja immer diese riesen Lautsprecher links und rechts. Ich brauche das ja gar nicht, weil ich schneide ja nicht anhand von Ton. Ich schneide ja anhand von Wellenformen. Ich sehe ja, wo die Stimme rauf und runter geht und sehe dann, wenn ich was sage und kann dann so schneiden. Ich muss es gar nicht wirklich gut hören. Mir reicht es, wenn ich es ein bisschen höre. Ja, ich frage mich dann auch immer, wenn die diese großen Lautsprecher haben, ob denn das überhaupt eine realistische Sound-Situation beim Schnitt dann auch wieder geht. Ja, das kommt noch dazu, stimmt. Weil wie konsumieren denn die meisten die Videos? Also ich könnte mir vorstellen, ganz viele machen das unterwegs. Die haben dann sowieso AirPods dann in den Ohren oder AirPods Max oder andere Kopfhörer. Und ja, mit Lautsprechern vielleicht jetzt auf dem iPad, dass man es dann laut hört, dass man es auf dem Fernseher abspielt. Aber wenn du jetzt da so Deluxe-Lautsprecher zum Maß der Dinge machst, stelle ich mir manchmal schwierig vor, ob die Abmischung dann immer so den richtigen Ton trifft. Ja, ja, also dann hast du einfach, also ich sehe es ja jeweils auch nur schon, wenn man es irgendwie in groß, oder auf dem 5K-Fieldschirm in 4K anguckt. Das ist ja jeweils schon so ein bisschen unheimlich, wenn man es da dann plötzlich sieht, wie gut die Qualität eigentlich wäre. So, aber jetzt kam doch da noch irgendwo eine Frage. Wo haben wir es? Die Leute haben gesagt, man kann ja auch den Standfuß einzeln kaufen. Nein, das ist das Pro Display XDR, das ist das wirklich teure. Malte und ich haben das ein bisschen günstigere. Studio Display, was aber immer noch ziemlich teuer ist. Für den gehobenen Anspruch mit kleinem Geldbeutel. Genau, apropos gehobener Anspruch, jetzt müssen wir da mal wieder über den Mac Mini sprechen. Und Carsten hat eine Frage. Die Frage aller Fragen, reichen 32 GB RAM für Videoschnitt mit Final Cut Pro X? Ja, reichen definitiv. Es funktioniert ja, aber die Frage zielt natürlich darauf ab jetzt, ob das dann die richtige Wahl ist, oder ob es besser geht. Also ich habe mal ein paar Vergleichstests da gemacht, so habe ich mal mit der Uhr gemessen und geguckt, wie die Unterschiede sind. Ich glaube, mehr RAM zeichnet, also ist gerade für Videoschnitt eben, dass das zahlt sich aus. Also ich hatte ja auch mal den M2 Max mit mehr RAM dann im Einsatz, im Test. Und da war ich dann wirklich bei so Werten von 4 Minuten 2 für ein Video, was auf dem alten Mac Mini M1 7 Minuten 31 fürs Rechnen gebraucht hat. Und der Mac Mini M2 Pro mit 32 GB RAM ist da bei 6 Minuten 50. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass der mehr in der Mitte zwischen beiden Zeiten liegt. Aber er tendierte dann doch sehr stark eben dann eher noch zu Mac Mini M1. Deshalb glaube ich, macht das schon einen Unterschied dann noch. Wenn man Videoschnitt macht, ist vielleicht so ein Max auch tatsächlich, also wenn man es wirklich nicht gelegentlich, ich bin super zufrieden damit. Aber wenn ich jetzt tatsächlich YouTuber wäre und würde jeden Tag mindestens ein Video raushauen und das wäre sogar mein Job, dann würde ich vielleicht schon auf Macs übergehen. Ich habe ja als Arbeitsgerät vom Tagesanzeiger habe ich ja das MacBook Pro mit dem M1 Pro und 16 GB RAM. Und ich muss sagen, RAM ist bei mir eigentlich nie knapp. Was bei mir knapp ist auf dem Laptop, ist SSD-Speicher. Da habe ich nur 512, weil es halt das Corporate-Gerät ist. Da stoße ich dann jeweils schon an Grenzen. Da neige ich auch dazu, dann SSDs anzuschließen. Aber ich würde sagen, mit 32 bist du unglaublich gut bedient. Außer halt, du willst dann irgendwann 8K schneiden. Da wird es dann schon irgendwann... Oder wahnsinnig viele 4K-Spuren in unglaublich hoher Qualität und schwieriger Codex oder so. Ja, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Und ich habe mich ja jetzt gerade sehr fokussiert eben auf das Rendern tatsächlich des fertigen Videos. Also du hast alles geschnitten und dann gibst du es aus und du möchtest es ganz schnell eben als fertige Datei haben. Das ist aber ja nur ein Teil der Gleichung, der andere Punkt, das ist ja das, was du angesprochen hast, ist ja die Sache, während ich schneide, wie flüssig läuft das? Und da war es so bei dem Mac Mini M1 mit 8 GB RAM, erstaunlicherweise ging es bei 4K-Schnitt ja auch alles. Es war ja nicht so, dass es jetzt gar nicht möglich war. Ich habe das jetzt ja nun wirklich zwei Jahre lang gemacht. Aber mit 32 GB, da hast du keine Probleme. Das läuft einfach alle super easy und ganz schnell. Und wenn du einen Effekt da irgendwie reinhaust, dann hast du die Vorschau auch sofort. Also das ist schon tatsächlich, da kannst du wirklich sehr gut mit arbeiten. Ja, also wenn ich jetzt kein MacBook Pro zur Hand hätte und mir eins kaufen würde, ich würde mir das M2 Pro mit 32 GB RAM kaufen und dafür 2 TB Speicherplatz. Aber ich glaube, du kannst gar nicht über 32 GB RAM beim Mini, gell? Ich glaube, das ist das Maximum. Oder kann er höher? Nein, das ist tatsächlich das Maximum. Also da bist du eben durch den M2 Pro und nach oben hin bei 32 GB RAM limitiert. Und beim Prozess, Max geht es ja auch, nein, es geht ja nur den Pro. Und beim Speicher, wie hoch kannst du beim Speicher, weißt du das? Aus dem Kopf. Bei der SSD? Ja, kannst du die 8er reinmachen? Da kannst du die 8er reinmachen. Da hast du das gesamte Angebot. Aha, da kannst du alle haben. Ja, da kannst du alles haben. Aber gut, ich meine, das ist natürlich, da kannst du dir das schon im Studio Display verkaufen, wenn du dir diesen Aufpreis genehmigst. Und jetzt haben wir es von 32 GB RAM. Kolbenklaus fragt, was man denn für Office-Arbeiten nutzen oder haben müsste. Ich bin ja frech und würde sagen, da reicht sogar der M1er immer noch, wenn man den zu einem guten Preis kriegt. Und zwar in der Mini-Konfiguration. Genau, dafür würde ich mir definitiv keinen M2 Pro kaufen, weil der völlig unterausgelastet ist dann mit dieser Arbeit. Also wie du schon sagst, der M1 reicht da vollkommen aus. Und ja, wenn man jetzt sagt, ich kaufe mal einen Mac und der soll jetzt dann längere Zeit dann eben auch meiner sein, dann kann man vielleicht noch den M2 kaufen, dann ist man da besonders zukunftssicher. Aber da würde ich auf keinen Fall jetzt irgendwie größer dimensioniert kaufen. Weil das läuft, diese ganzen Alltagsanwendungen, die laufen auf dem M1 Mac Mini schon so fantastisch. Das war ja dieser große Sprung eben mit dem Apple Silicon, dass du den günstigsten Consumer Mac kaufen kannst und du hast trotzdem eine Performance, als wenn du besser ausgestatteten hast. Ja, ich sehe es ja immer auch mit dem MacBook Air mit dem M1, was ich ja immer noch empfehle, was Apple ja auch immer noch kauft. Also das reicht für die meisten Leute völlig. Also ich kenne auch viele Leute, die darauf Videoschnitt machen und das Ding ist einfach immer noch so unglaublich gut. Ah, guck, Jörg schreibt, er mache Final Cut mit gerade mal 8 Gigabyte. Ich vermute mal RAM. Ja, das geht auch. Also das sieht man ja auf dem MacBook Air auch. Also damit kannst du ja alles machen. Ja, also wie gesagt, also ich habe zwei Jahre lang damit meine YouTube-Videos gemacht. Das geht problemlos. Ah, guck, Daniel hat eine Frage für mindestens, nein, dich natürlich auch, du hast das ja auch gemacht mit den externen SSDs, ob man sparen soll und eine kleine interne SSD nehmen, die 256er und dann was Externes anhängen. Also ich habe es so gemacht, aber bei mir ist der Mac Mini halt auch mehr so der stationäre PC eben für Livestreams, für Videokonferenzen und solche Sachen. Ich brauche gar nicht so viel Speicher drauf, aber ich habe auch eine große 8 Terabyte SSD einfach extern angeschlossen. Reicht für mich vom Tempo her völlig, übrigens auch für Videoschnitt. Ich mache den Videoschnitt, wenn ich auf dem Mac Mini bin, mache ich den auf dieser externen SSD, die nicht mal Thunderbolt-Tempo hat. Wie ist es dir ergangen damit? Ich habe, ich hatte auch jetzt bei meinem Mac Mini M1 mal eine 1 Terabyte SSD da angeschlossen am Thunderbolt-Port und das hat auch vollkommen ausgereicht. Also ich hatte auch mal dann gelesen, es sei so langsam und das wäre schlecht, aber das hat mich jetzt irgendwie nicht beeinträchtigt. Ich habe allerdings, für mich war es allerdings schon so, dass das Lied zum Beispiel, glaube ich, auch jetzt an dem, was ich da mache, Xcode neigt halt auch sehr dazu, sich dann breit zu machen auf der Hauptplatte. Und das, dies und einige andere Sachen, die ich da mache, das hat halt dazu geführt, ich musste ständig immer gucken, dass ich wieder ausmiste und umschichte oder Cache-Dateien lösche. Und deshalb waren 256 Gigabyte für mich eigentlich keine gute Wahl. Aber total maxed out brauche ich das eben auch nicht und deshalb ist so für mich der Sweet Spot, also ich wäre sicherlich mit 1 Terabyte auch wunderbar ausgekommen, aber ich habe gedacht, diesen Mac kaufe ich mir jetzt dann wirklich für sehr lange Zeit und deshalb habe ich dann gleich gesagt, okay, 2 Terabyte und alles andere kann man extern machen. Ja, also ich neige auch zum 2 Terabyte Club, ehrlich gesagt, weil ich habe ja auf dem Arbeitsgerät habe ich 512 und da bin ich die ganze Zeit am Ausmisten, was ich die ganze Zeit wegschmeiße. Ich bin zum, wie heißt das Tool nochmal, das hat mich Jean-Club mal empfohlen, CleanMyMac bin ich da zum Heavy Nutzer geworden, was ich da die ganze Zeit große Dateien suche und weg, 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 weg. Also weil ich einfach, ich bin ja so unschrecklicher Datenmessi, ich fülle alles sehr, sehr schnell und dank diesen 512 bin ich jetzt viel, viel aufgeräumter unterwegs, als ich das je war. Also vielleicht ist es für mich heilsam, mal ein bisschen sparsam unterwegs zu sein. Da gebe ich dir recht, also zur Selbstdisziplinierung ist es ganz gut, eine kleinere Platte zu nehmen. Ich hatte bei meinem iMac 5K, hatte ich so, das waren ja damals die Zeiten des Fusion Drives, du erinnerst dich vielleicht noch. Das war, Ja, das war diese Mischung aus SSD und großer, also nicht Schallplatte, aber da diese rotierende Platte. Rotierende, 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 ja. Ich wollte sagen Trüli-Platte, aber das ist Schweizerdeutsch. Da habe ich in einem Anfall vom Größenwahnsinn mir damals so eine 3TB-Lösung gekauft und die war dann auch gut gefüllt, aus genau dem Grunde, den du gerade skizziert hast, eben Datenmessi. Und das ist auch nicht schön. Das macht eben auch keine Freude. Irgendwann ist es dann halt auch mal voll und vor allem, wenn du umziehst mit deinem Rechner, wenn du von einem auf den anderen Rechner ziehst, dann merkst du erst mal, was für einen Ballast du teilweise mit dir rumschleppst. Deshalb ist es besser, dass es dann irgendwo sich im Rahmen hält, dass man so ein bisschen austariert, wie viel muss, wie viel sollte, wie viel kann und dann, wenn man da eine gute Lösung gefunden hat. Nebenbei, man muss gar nicht CleanMyMac unbedingt kaufen, es ist ein gutes Produkt, nutze ich auch, weil CleanMyMac auch sehr im Tiefen reingeht, in die man manuell eigentlich besser nicht reingehen sollte. Aber fürs Aufräumen kann man zum Beispiel auch einfach diese Anzeige nehmen, die man in Einstellungen hat, wo man den Speicherplatz verbraucht mit großen Parteien. Ja, genau, wo man sieht, wo der große Platz rumliegt. Genau, also das hilft oftmals auch schon, wenn man irgendwo noch, was weiß ich, ein großes Videofile deponiert hat, was man ganz vergessen hat oder irgendein Download, da kann man ja auch schon ein bisschen was freischaufeln. Ja, ja, ist ja nicht umumstritten, dieses CleanMyMac. Mein Redaktionskollege Matthias Schüssler nennt das hier Schlangenöl. Das sind ja eigentlich eher so diese Antivirenprodukte, die ja so bezeichnet werden. Ja, ja, aber er ist auch bei CleanMyMac, er mag es auch nicht so. Ihm ist es auch zu heikel, das ein Programm zu überlassen. Das macht er lieber alles selbst. Aber ich bin da immer sehr faul und bequem. Ich wünschte mir einfach, Apple hätte das direkt integriert. Ich war da anfangs ein bisschen enttäuscht, dass ich da jetzt ein Tool für brauche. Ja, das stimmt. Das ist in der Tat. Also ich meine, Apple hat so viel gesharelockt in den letzten Jahren an Sachen, die man braucht und die man nicht braucht. Aber so ein vernünftiges Aufräumtool für den Mac, da sind sie nicht rangegangen. Zumal, ja, was du sagst, also der Punkt ist ja der, das ist ja ein Vorurteil teilweise, aber auch eine berechtigte Sorge, die CleanMyMac zum Beispiel entgegenspringt, dass wenn da eingegriffen wird in bestimmte Systemebenen, dass dann, wenn da was schief geht, kann das natürlich auch dein System crashen. Und eigentlich würde ich da auch lieber sehen, wenn eben der Hersteller selber dort unterwegs ist. Ja, ja. Also das ist etwas, was du eigentlich beim Hersteller haben möchtest. Genau, ja. Ich muss da noch schnell unterbrechen, der Thomas hat da noch eine Spende vorbeigeschickt. Ich danke ganz, ganz herzlich und da spendiere ich dem Malte dann mal einen Schweizer Kaffee, wenn er mal hier vorbeikommt oder wir gehen Mittagessen, wenn wir in Deutschland sind. Das ist teuer, ein Schweizer Kaffee. Ja, eben, Mittagessen bei euch, Kaffee bei uns, obwohl jetzt, jemand hat auch nach der Credit Suisse gefragt, aber ich glaube da, Bankentipps lassen wir lieber sonst. Hast du mal DaVinci Resolve genutzt? Da fragt nämlich Daniel, ob man das mit 8 GB RAM-Synfol betreiben kann. Ich kann es nicht bedienen, mir ist es zu kompliziert. Ja, ich bin so ein, also ich kann da gar keine qualifizierte Aussage geben, ob es zu kompliziert ist. Ich meine, ich habe es mal testweise installiert, aber ja, ich bin so ein Gewohnheitstier, wenn ich einmal irgendwo zu Hause bin und bei Final Cut fühle ich mich halt zu Hause, dann bin ich da schwer von aus. Naja, dann ändert man auch nichts. Jörg meinte, es funktioniere mit 8. Ja, ja, schön. Ich nutze DaVinci einfach auch nicht, weil es ja auf Color Grading ausgerichtet ist und das ist für mich wirklich ein Buch mit 7 Siegeln. An die Farben gehe ich gar nie ran bei Videos. Da lasse ich die Finger von. So, wo? Markus sagt auch, er habe ja auch das Kleine mit 8 GB RAM. So, wo war die nächste Frage? Ah, da ist die Frage nach der Maus, die man verwenden sollte. Was nutzt du für eine Maus? Markus hat die Antwort für mich schon vorweggenommen. Ja, wahrscheinlich ist es die gleiche, ne? Ah ja. Die gleiche, die leise, die neue, gell? Die MX3S. Ja, das ist tatsächlich ein Traum. Wobei das bei mir jetzt auch so ein spezieller Use Case ist. Also, es ist halt in Livestreams, es ist tierisch laut, wenn du da eine klickende Maus hast. Ich habe hier noch irgendwo, hier habe ich noch das Vorgängermodell. Die hört man halt extrem. Deshalb konnte ich die halt nie einsetzen in Livestreams und habe dann immer mit dem Magic Trackpad Ja, ich habe es auch immer noch griffbereit, das Magic Trackpad. Ich nutze das ja auch weiter. Ich nutze ja beides. Ich habe dann immer mit, in der rechten Hand habe ich die Maus und in der linken Hand habe ich das Magic Trackpad. Ich habe es ein bisschen vernachlässigt tatsächlich. Also, seitdem ich diese klickarme Maus habe, bin ich da so ein bisschen von abgekommen, das zu benutzen. Wobei es noch eine Idee dezenter ist, ne? Also, du hast halt nicht diese Rollgeräusche dann auch mitunter und kannst dann eben wirklich ganz dezent anklicken. Aber ja, aber diese Neue von Logitech, die ist schon wirklich da besser geworden, was das angeht. Was ja noch lustig ist, das habe ich auch dank YouTube gelernt. Ich habe immer diesen blöden Dongle hinten dran gehabt, am Mac Mini, damit sich alles verbindet und dass es sofort funktioniert. Und dann hat mir mal jemand, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber der war damals mein Held der Woche, hat mir geschrieben, es geht inzwischen auch ohne Dongle. Weil als ich ihn damals eingerichtet habe, war es ein Horror, weil all die nicht offiziellen Apple-Sachen haben sich nicht wirklich damit verbunden. Inzwischen, ich nutze das MX Keys von Logitech und diese Maus und alles ohne Dongle, alles nur noch über Bluetooth. Es muss irgendwann mal ein Update gegeben haben und inzwischen funktioniert es. Jetzt habe ich nämlich ein Port frei hinten am Studio-Display. Hast du noch einen Dongle? Ich habe mich immer geweigert, diesen Dongle einzusetzen. Also, ich habe das in Kauf genommen. Das war ja vor allem, glaube ich, ein Problem, wenn du in bestimmten Situationen immer was gleich beim Login-Screen machen musstest. Ja, ja, beim Login ist die Tastatur nicht gekommen. Also damals, als ich den Mac Mini ursprünglich in Betrieb genommen wollte, ist einfach alles schief gegangen. Der Bildschirm hat diesen Regenbogen gezeigt und meine Bluetooth-Tastatur und Maus wurden nicht angezeigt. Da musste ich dann tief im Archiv kramen gehen und habe da meine 2010er Apple-Tastatur wieder gefunden. Aber jetzt funktioniert es ohne Dongle. Ich bin noch gar nicht in die Situation gekommen, dass ich das brauchte, aber ist ja gut zu wissen. Also, wie gesagt, das fand ich immer so ein No-Go. Die Ports sind ja sowieso knapp und war jetzt noch eins zu vergeuden für einen Dongle. Das kam mir eigentlich gar nicht. Das blöde Dongle. Nein, also das hat mich so genervt. Und dann habe ich dann irgendwann festgestellt, dass die neue Maus nicht denselben Dongle nutzt wie die alte Tastatur. Und da habe ich mich so genervt. Und dann hat mir dann jemand zum Glück geschrieben, dass man es ohne Dongle inzwischen nutzen kann. Man muss einfach beim Aufstarten, muss man ein bisschen Geduld haben, bei der Tastatur mal ein, zwei Tasten drücken, bis die Verbindung steht und dann kann man problemlos sein Passwort eintippen. Darf einfach nicht erschrecken, dass es nicht gerade sofort funktioniert. Kommt gerade hin, weil bei der Magic-Maus geht es doch auch ohne Klicken. Die Magic-Maus, was ist das nochmal? Von der habe ich auch schon gehört. Das geht tatsächlich. Die ist da ja in der Beziehung auch jetzt leise, aber ich bin nie so wirklich dann mit ihr warm geworden, so im Dauergebrauch, einfach weil sie so flach ist. Also es war sehr nützlich, dass du da oben auch so Swipe-Gesten machen kannst. Ja, das finde ich großartig, aber sie liegt so blöd in der Hand, weil sie so flach ist. Genau, wenn du den ganzen Tag damit arbeitest, ist das einfach für mich nicht schön. Deshalb habe ich davon Abstand genommen. Ja, das andere Problem an der Logi-Maus ist halt, dass es sie nur für Rechtshänder gibt. Das ist das Schöne an der Magic-Maus, dass sie mit beiden Händen funktionieren. Aber ich kann die hier ehrlich gesagt sehr gut auch mit links verwenden. Also ich wechsle immer mal wieder die Hände. Wo war die nächste Frage? Da hat nämlich jemand schon gefragt nach. Das sind schon wieder viel zu viele Fragen da zur Maus. Aber ich habe die Frage zum Glück noch im Kopf. Jemand hat nämlich gefragt, was man für eine Konfiguration wählen soll, wenn man sich für Fotobearbeiten interessiert. Also Lightroom, Capture One und all diese Sachen. Und ich würde sagen, dasselbe, was wir für Office-Arbeiten eigentlich gesagt haben. Meinst du? Also ich glaube, bei Fotobearbeitung profitierst du doch auch Würdest du dazu einen größeren kaufen? Ich glaube schon. Ah, da ist die Frage. Dietmar hat gefragt. Ja. Fotobearbeitung. Also ich kann nur aus dem Nähkästchen plaudern. Mein Nachbar ist Profi-Fotograf. Und der hatte zuerst einen Mac Mini mit M1. Und er hat ihn auch in einer kleinen Mini-Konfiguration gekauft und einfach externe Festplatten drangeschlossen. Er meint, das reiche ihm völlig um riesige Fotos. Er macht so Industriefotografie. Und um riesen Fotoprojekte zu konvertieren. Reiche der ihm völlig. Ich habe dann auch gesagt, das ist doch zu wenig. Du brauchst doch schon mehr. Und er meinte, nö. Ja, ich glaube, der Punkt ist einfach der, und das ist auch dann eine Frage der Wahrnehmung. Wir sind ja durch den Mac Mini und den Apple Silicon in eine ziemliche Luxussituation geraten. Es gab ja früher Zeiten, da hattest du Macs, da konntest du auf bestimmten Macs mit einer bestimmten Konfiguration bestimmte Dinge einfach gar nicht machen. Es war einfach nicht nutzbar. Und durch den Apple Silicon habe ich das Gefühl, seit dem M1, selbst in niedrigen Konfigurationen, du kannst irgendwie ja doch alles machen. Und es ist dann nur noch eine Frage des Gefühls. Und man muss schon fast sagen, des Luxus, dem man sich da gönnt, ob man dann noch mehr rauskitzeln will. Da sind wir wieder bei dem Videoschnitt. Also du kannst auf einem Mac Mini M1 mit 8 GB RAM und 256 GB SSD, kannst du vernünftigen Videoschnitt machen, wenn deine Ansprüche nachher steigen, wenn du es effizienter machen willst. Ja, dann merkst du schon mehr. Genau, dann kaufst du vielleicht ein bisschen mehr. Aber es ist kein Muss. Es ist kein Muss. Und das ist eigentlich eine fantastische Situation. Ein ganz spannender Use Case, das Mac Mini hat noch Flick, ob man ihn als TV nutzen kann, als TV-Box. Das sehe ich ganz, ganz häufig, schreiben mir Leute, dass sie Mac Minis als TV-Boxen nutzen. Mir wäre das zu unkomfortabel, aber wenn man da große Plex-Bibliotheken hat oder ganz, ganz viele runtergeladene Filme, dann macht das schon Sinn. Aber ich habe ihn jetzt nie an einen TV angeschlossen. Du auch nicht, oder? Nein, aber ich habe jetzt kürzlich überlegt, was ich eigentlich mit dem alten M1 Mac Mini mache und habe noch so überlegt, der könnte auch ein gutes Nass sein. Also der hat einen niedrigen Standby-Energieverbrauch von, ich glaube, 7 Watt. Und der ist extrem schnell, der ist leise. Also ich glaube, so ein tolles Nass kriegt man schwerlich. Und wenn, dann ist es halt mit einer großen Investition erst mal wieder verbunden, wenn man den sowieso noch jetzt rumstehen hat. Das war ja bei mir ursprünglich die Überlegung, warum ich den Mac Mini überhaupt gekauft habe. Ich dachte eigentlich, der ist eigentlich für mich mehr so die fixe Computerzentrale für das iPad, wo ich dann vom iPad drauf zugreife. Dass ich den jetzt eigenständig nutze, ist auch so ein bisschen eine Überraschung, weil er einfach so gut war, habe ich dann plötzlich, habe ich ihn nicht als Anhängsel für das iPad genutzt, sondern angefangen, ein System drumherum aufzubauen. Und jetzt mit Universal Control kann ich ihn ja auch genauso leicht über das iPad steuern. Aber, ja, falls ich mir dann mal einen neuen kaufe, weil Malte weiß es ja, ich habe ihm ja auch schon die Ohren voll geredet und gefragt, wie laut denn jetzt der neue M2 Pro Mac Mini sei. Und das ist eigentlich genau das, was ich gerne hätte. Ein Mac Mini mit noch ein bisschen mehr Leistung und vor allem mit mehr Anschlüssen. Diese vier Anschlüsse, auf die bin ich jetzt schon sehr neidisch. Aber ich habe einfach auch festgestellt, dass mein M1er für meine Ansprüche reicht. Also das heute war auch wieder erstens ein nettes Gespräch mit Malte, aber auch ein Härtetest für den Mac Mini M1, ob er da einen 4K-Livestream mit Gast hinkriegt oder ob er dabei dann gnadenlos abschmiert. Aber wir haben da immer noch Compute-Prozesse, das ist momentan zu 63, 60, 59 Prozent ausgelastet. Also das schafft er locker, was wir hier veranstalten. Also mir ist es bislang auch noch nicht gelungen, den M2 Pro Mac Mini mal hier zum Brüllen sozusagen zu bringen. Also dass der Lüfter richtig losrotiert. Irgendwo war da auch die Frage vorhin, ab wann der eigentlich hörbar ist. Und ich habe das jetzt noch nicht hingekriegt. Ich wollte irgendwann mal wirklich so Hardcore-3D-Grafik-Sachen und dann mal drauf abfahren und mal gucken, ob er dann irgendwie dann sich mal rührt. Aber es ist schon wirklich sehr bemerkenswert. Übrigens auch, das war ein Punkt, das habe ich mich auch gegen ein Mac Studio entschieden habe, weil der ist zwar auch leise, aber der hat ja so ein Grundlauschen. Aber nicht ganz leise. Richtig, genau. Und da ist man natürlich verwöhnt vom M1 Mac Mini, der ja eben nicht zu hören war und ist. Und das war eigentlich etwas, was ich mir unbedingt erhalten wollte. Also ich wollte mehr Leistung auf der einen Seite, aber ich wollte eben ihn auch nicht hören auf der anderen Seite. Ja, der Mac Studio hat eigentlich sehr Raphael gerufen, als der da kam, dieser Würfel. Ich dachte wirklich, das ist genau mein Ding. Und dann habe ich es eingeschaltet und dann hat das angefangen zu rauschen. Und ich dachte, das gibt es doch jetzt nicht. Ist meiner kaputt? Weil hatte auch niemand sonst anfangs reklamiert darüber. Und ich fand das so komisch, dass der jetzt so rauscht. Aber der musste so rauschen. Aber das war schade, weil sonst wäre er eigentlich ziemlich perfekt gewesen. Preislich ist er ja auch ungefähr da, was du jetzt ausgegeben hast, oder? Ja, genau. Für das, was du da ausgibst, für den Mac Mini in der Konfiguration, den ich jetzt habe mit dem M2 Pro, dafür kriegst du eben auch schon ein M1 Max Studio. Das wird sich wahrscheinlich ändern, wenn der irgendwann auch mal aktualisiert wird. Falls er aktualisiert wird, da wird ja auch gerade darüber gemutmaßt, wie das für den eigentlich weitergeht. Ob der jetzt mal ja Pause macht, um dann dem Mac Pro den Vorzug zu geben. Das wird ja auch noch spannend, wie da das weiter aussieht. Aber auf jeden Fall, das hätte man machen können. Aber war für mich halt keine Option, einfach wegen des Geräuschs. Ja, das geht gar nicht. Also ich mag es wirklich nicht mehr, wenn Computer Geräusche machen. Ich bin dann immer so ein bisschen, hä, was ist jetzt da? Was ist denn Computer? Das Studio Display macht ja auch ein feines Geräusch, aber das hörst du nur, wenn du das Ohr wirklich dran hältst. Ja, da musst du schon wirklich darüber hängen. Also das nehme ich tatsächlich auch manchmal wahr, wenn ich dann irgendwie auf der Rückseite irgendwas da suche und, was weiß ich, ein Kabel darüber lege oder so, dann höre ich es mal. Aber da muss ich schon wirklich mit dem Ohr drauf liegen. Der RMC hat noch eine gute Frage. Er habe den iMac mit 5K und würde den gerne als Monitor nutzen, zusammen mit dem neuen Mac Mini. Aber das geht nicht, gell? Dieser Target Display Mode, den hatten nur die älteren Modelle und da auch nicht alle. Und dieser Target Display Mode ist, glaube ich, auch mühsam und nicht so wirklich ideal. Ja, der ist energetisch auch eine Katastrophe. Also man muss den Mac ja richtig hochfahren und dann ihn da mit voller Leistung betreiben. Das waren ja bei den Intel Macs seinerzeit. Und das hat Apple mit der Einführung des Retina Displays abgeschafft. Nicht, weil sie jetzt böswillig sind, sondern weil es, glaube ich, zu der Zeit einfach auch eine Riesenherausforderung gewesen wäre, das zu ermöglichen. Und da das eh immer so ein Seiteneffekt war, den sie halt mitgegeben haben, haben sie dann von Abschied genommen. Das ist aber eine Frage, die ich viel, viel höre in diesen Tagen. Es gibt viele, die jetzt sagen, hey, ich habe doch dann noch so einen rumstehen. Ich meine, ich habe ja die Situation ja auch. Ich habe den auch noch hier rumstehen und kann da aber nichts mit dem anfangen. Und die sind ja jetzt auch aus dem Support raus, die ersten der fünf Jahre. Ah, sind sie rausgefallen. Ja, Freunde von uns haben eben auch so einen, die nutzen ihn jetzt einfach als Familienfernseher, um DVDs zu gucken. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Dafür ist er immer noch super, aber sonst haben sie jetzt auch, haben sie jetzt auch lauter M-Geräte. Ah, das ist lustig. Hier hat jemand, Rockbox hat auch sechs Euro gespendet, aber bei mir kommt dann im, ich kriege dann nur den schriftlichen Hinweis, wie das Emoji ausschaut, was er geschickt hat. Ah, hier sehe ich es. Ich habe mich schon gewundert, was das heißt. Hippocharakter. Ich dachte erst, was ist Hippocharakter with stars growing in his eyes, pumping his arms in the air, with the word hype pulsating above him. Ja, aber ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr schön. Du, da fällt mir ein, wann musst du eigentlich los? Du hast ja gesagt, du kannst nicht unbeschränkt gehen. Ich habe mir eine Stunde Zeit genommen, also. Also haben wir noch acht Minuten? Wir haben noch ein bisschen, genau. Sehr gut, sonst gehst du einfach ganz unzeremoniell. Ich habe lausig vorbereitet, wie ich immer bin, habe ich nicht mal gefragt. Boah, der hat schon Zeit. Ja, ja, genau. Also, nein, was war noch die Frage, die ich unbedingt, ja, genau, jemand hat, das wollte ich unbedingt fragen und tendenziell eher gegen Schluss. Die Frage war natürlich, was das nächste Mac Mini mit möglicherweise M3 haben sollte. Du hast ja jetzt erst gerade eins gekauft. Was müsste noch besser werden? Also du bist ja noch auf Wolke 7, darum ist natürlich jetzt eine fiese Frage. Ja, ja, genau. Wenn man im siebten Himmel ist, dann zu sagen, das ist mein Suchprofil für den nächsten. Ja, so weißt du, so eine Sache, die ich beim Mac Studio, also wir träumen ja jetzt, das ist alles erlaubt. Ja, ja, Wunschprogramm. Wunschprogramm, genau. Und die, die ich beim Mac Studio ganz sympathisch fand, war tatsächlich die Möglichkeit, vorne USB-Geräte anzuschließen. Stimmt. Das war wirklich gut. Das ist so eine Sache und deshalb, dieser Disclaimer am Anfang, von wegen Traum, ich denke, das hat gute und nachvollziehbare Designgründe und Unterscheidungsgründe, dass Apple das nicht macht. Insofern halte ich es auch für unrealistisch, dass wir das beim M3 Mac Mini sehen werden. Aber das hat schon einen gewissen Nutzwert, der, das hätte ich schon ganz gerne gesehen, weil man hat ja doch immer mal dieses Szenario, dass man schnell was anschließen möchte. Fand ich ganz praktisch. Ja, ich fand das auch ganz toll, weil den Mac Studio hatte ich im Test auf dem Tisch. Beim Mac Mini, den habe ich so weit weg, der ist da bei mir etwa, wenn ich die Hand ausstrecke, ist er nochmal anderthalb Meter weiter weg in einem Regal hinten. Darum würde mir das gar nicht so viel bringen, wenn ich da was, wenn ich vorne noch Ports hätte, ehrlich gesagt. Ja, und den Lautsprecher haben wir ja schon gestreift. Der Lautsprecher wäre was? Ja, das ist so eine Sache. Das ist so ein bisschen wie die Webcams damals, wo man eigentlich so sagt, dass man das sich überhaupt noch wünschen muss. Das ist doch eigentlich selbstverständlich. Genau, eine Webcam drin wollen wir, im Mac Mini eine Webcam. Die so Periskop, die so rausfährt. Die so ausfährt und dann schaut, wo man ist. Nein, ich finde, am Mac Mini muss man wirklich nicht viel ändern. Ich finde es großartig, dass das Design immer noch dasselbe ist. Ich bin auch froh, haben sie Silber behalten und nicht Space Gray. Das ist ja wieder verschwunden, das habe ich nicht so gemocht. Und ansonsten, was, was ja viele Leute gewünscht haben, dass man ihn stapeln kann und er dann mehr Leistung kriegt. Aber das ist ja einfach Science Fiction und ein bisschen technisch albern. Macht ja nicht so Sinn. Das wäre ein Konzept, was ich schon beeindruckend fände, wenn Apple das zum Beispiel beim Mac Pro macht. Da war ja auch mal die Rede davon, dass sie so eine Art modularen Mac Pro rausbringen, wo du so Boxen kaufst, die du dann zusammenschalten kannst, so eine Art Cluster-Computer. Aber das sehe ich nicht beim Mac Mini. Also das ist eigentlich vollkommen an dem Profil der Zielgruppe vorbei. Es ist ja sowieso bemerkenswert, dass sie überhaupt auf die Pro-Schiene wieder draufgegangen sind. Es war auf der einen Seite eine Lücke, die sie ja gelassen haben, als sie diesen Mac Mini rausgebracht haben. Also es war ja immer unerklärlich, dass der M1 Pro sich da auf wenige Geräte reduzierte und irgendwie im Desktop-Bereich nicht stattgefunden hat. Aber so ganz sicher war ich mir auch nicht, weil dieser Pro-Aspekt, den sie beim Mac Mini irgendwann ja mal beim Intel Mac Mini schon eingeführt haben, war ja auch eher so ein Versuch, den noch mal wieder ein bisschen zu revitalisieren. Also man hatte ja das Gefühl, der Consumer Mac Mini war so ein bisschen eigentlich obsolet geworden. Das war damals so der Umstiegs-Mac, der so Einstiegsdroge war. Und alle wollten aber irgendwann nur noch MacBooks kaufen. Und dann haben sie ja plötzlich dann diesen High-End Mac Mini damals mit Intel-Chip dann rausgebracht. Ja, ich glaube, das war sogar 2018 zusammen mit dem Comeback des MacBook Air und dem iPad Pro mit dem viel besseren Design. Ich glaube, das war damals in New York. Ja, das kann sein, das kann sein. Das ist noch gar nicht so lange her. Da waren sie so stolz auf diesen Mac Mini und ich habe ihn mir nicht einmal angeguckt. Ja, ich habe auch nicht den Eindruck, dass der besonders gut eingeschlagen ist. Und deshalb war für mich eigentlich nicht gesetzt, dass sie da unbedingt diesen Weg weitergehen wollen. Aber es freut mich. Es freut mich wirklich, dass sie den jetzt gemacht haben. Ja, es ist eigentlich genau das Gerät, was wir immer wollten. Nur bin ich immer noch zu zufrieden mit dem kleinen. Dann kommt eine schnelle Frage von Bernhard für dich. Mein Mac Mini Pro ist nicht hörbar. Ausnahme direkt nach dem Einschalten rauscht der Kurz der Lüfter. Ist das bei deinem auch so? Habe ich noch nicht festgestellt, tatsächlich. Also interessant, dass das bei Bernhard so ist. Ich werde jetzt noch mal ganz intensiv darauf achten. Jetzt hörst du es auch und jetzt nervst du dich dann. Bitte? Jetzt nervt es dich, weil du es jetzt auch hörst. Das ist ja immer das Fiese, wenn man mal so auf ein Geräusch aufmerksam gemacht wurde, dann hört man es. Ja, Gott, ich meine, wenn ich ihn einschalte, dann stört mich das nicht. Mich würde es tatsächlich hören. Wenn es dauer wäre. Ja, also immer, wenn ich hier so ein Mikrofon irgendwie vor mir habe und dann würde ein Geräusch dann da imitiert werden, das würde mich tierisch nerven. Aber was jetzt so passiert, dann drumherum, dass es nicht so wird. Aber vielleicht haben sie tatsächlich mit dem Gong ja so ein bisschen kaschiert, dass das so... Markus wünscht sich noch SD-Karten vorne am Mac Mini. Ich nutze halt keine SD-Karten mehr. Darum ist das für mich immer so ein bisschen... Ja, der Anschluss ist für mich immer so ein bisschen verschenkt. Was ich aber neulich gesehen habe, es gibt extra so kurze SD-Karten, die man ins MacBook Pro reinmachen kann, um sich den Speicher zu erhöhen. Das Problem ist, sie sind so schnachlangsam. Das bringt gar nichts. Ich habe nämlich schon gedacht, so könnte ich meinen Bürolaptop optimieren. Aber das Ding ist so unglaublich langsam. Ja, das ist dann halt, wenn du irgendwelche wirklich lahmen Daten hast, also irgendwelche Sachen, die du nur archivieren möchtest und gleichzeitig aber immer dabei haben möchtest, möglicherweise, dann kannst du das machen. Aber ich sehe da jetzt auch nicht so wirklich einen Weg dran. Ja, SD-Karte könnte ich auch gut drauf verzichten. Ich kann aber verstehen, wer das möchte, wer da eben seine Daten noch von der Kamera zum Beispiel darüber transferiert, dass es nützlich ist. Ja. Cedric hätte noch die Idee, die Anschlüsse auf die Seite zu machen, dass es nicht so hässlich ist. Ja, das ist eine interessante Idee. Ja, warum nicht? Muss man tatsächlich erst mal auf sich wirken lassen, diesen Einfall. Habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Mein Problem ist ja beim Studio-Display, immer so einmal oder ja, so einmal pro Woche, einmal alle zwei Wochen, geht das Studio-Display nicht an. Wenn ich den Mac Mini einschalte, dann muss ich muss ich da aufstehen, hinter das Studio-Display, das blöde Thunderbolt-Kabel ausstecken und wieder einstecken und dann geht das Studio-Display dann auch an. Manchmal verpasst es den Start des Mac Mini. Hast du das auch? Das habe ich bislang noch nicht. Nee, nee. Da bin ich schon ganz verzweifelt. Ich dachte schon, es sei mir kaputt gegangen, das Studio-Display. Aber inzwischen, das passiert so einmal pro Woche, einmal alle zwei Wochen oder so. Immer sehr unregelmäßig. Geht es einfach nicht an. Muss ich erst aufstehen und gucken, ob der Mac Mini wirklich läuft, weil man hört ihn ja nicht und sehe ich das weiße Licht da und dann weiß ich, ja, jetzt muss ich das doof ist Thunderbolt-Kabel da hinten ausstecken. Was ich hier so ein bisschen skurril finde, ist, ich habe hier zwei Monitore angeschlossen. Einerseits das Studio-Display und dann habe ich noch so ein 4K-Display von Samsung hier stehen, das per HDMI angeschlossen ist. Und das Studio-Display ist immer sofort da. Das ist dann immer sofort on und das Samsung-Display braucht dann halt immer ein bisschen, um dann das Bild anzuzeigen. Aber bis du es merkst, ja, das HDMI kommt, ja. Ja, ja, ich habe irgendwo gelesen, dass das aber wohl jetzt nicht irgendwie mit dem Hersteller was zu tun hat, sondern dass das wohl generell so sei. Im Zweifel ist immer HDMI schuld, so ein blödes Kabel. Das kann sein. Aluk Matthias hat noch einen Tipp für dich, sollst du mal ein anderes HDMI-Kabel probieren? Das mache ich jeweils auch, was ich schon eins HDMI-Kabel durchprobiert habe. Damals eben, als mein uralt Samsung nicht funktioniert hat. Ich habe so viele HDMI-Kabel durchprobiert. Und manchmal hat es dann funktioniert, was sich dann aber nachträglich herausgestellt hat, dass es einfach Zufall war und nicht am HDMI-Kabel war und war auch nicht reproduzierbar. Es gab gerade eine gute Frage, die würde ich ganz gerne mal so eingrätschen. Und zwar fragte Desion, ob es denn nicht so ist, dass der Mac Studio Pro genug war und dass es den Mac Mini da noch brauchte, jetzt als Pro-Rechner. Aber genau der Mac Studio hat ja auch interessanterweise diese Lücke gelassen. Hätte der jetzt zum Beispiel auch den M1 Pro angeboten, den M1 Pro, den M1 Max und den M1 Ultra, dann hätte ich gesagt, wäre eigentlich kein Raum mehr gewesen für einen Mac Mini mit Pro-Chip. Das rückwirkend, aber sehr, sehr schlau beobachtet. Da hat man es eigentlich schon gesehen, dass was kommen muss, was drunter ist. Es war unerklärlich. Also es hörte eben beim Mac Mini auf mit dem Standard-Chip und den Pro-Chip gab es eben nur bei den MacBooks. Und es gab eigentlich keinen guten Grund, das auf die MacBooks zu reduzieren. Warum? Ja, das ist eigentlich, das ist wieder so ein schönes Beispiel, wo man sieht, wie Apple da die verschiedenen Steine aufstellt und nachträglich ist man dann immer schlauer und sagt, man hätte es eigentlich merken müssen, aber da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Ah, guck, du hast noch eine Frage für den, ehe du abrauscht. Magst du mal einen Apfelfunk-Kanal, eine Art Room-Tour machen, dein Setup vorstellen, fragt Blaucast 800, jetzt wo du schon mal da bist. Ja, das könnte ich tatsächlich mal wieder machen. Ich habe irgendwie den Anfangszeit, dann habe ich das mal gemacht und das war ein ganz anderes Setup oder teilweise ein anderes Setup, als ich das heute gebrauche. Ich experimentiere ja sowieso viel damit, also wer den Kanal verfolgt, ich habe mal Intros gemacht, ich habe mir Musik da unterlegt, in letzter Zeit lasse ich das einfach und stelle fest, den Leuten gefallen die Videos irgendwie genauso gut anscheinend, also es hat keinen Verlust von Zuschauern gegeben und es macht ja mal einen riesen Aufwand, sowas zu betreiben. Also das ist auch meine Erkenntnis. Inzwischen, böse Zungen behaupten ja, meine Videos sind einfach Podcasts für YouTube. Ja, du hast mich aber da ein Stück weit inspiriert, weil du hast es ja vorgemacht, dass es geht. Also das war, ich habe mich da ja immer erst orientiert an anderen YouTubern, so diese populären YouTuber. Naja, ich habe auch meine alten Videos jetzt nochmal geguckt, zum Dreijahresjubiläum, was ich da anfangs noch an Aufwand mit Einstellungen und mit Musik betrieben habe und erstens fühlt mir jetzt einfach die Zeit. Und es macht ja auch Spaß, aber du kannst es einfach nicht immer. Ja, das ist auch nicht immer sinnvoll. Also es gibt eben auch Videos, ich habe auch Videos gemacht, da war es dann eher so ein bisschen auf Krampf, weil ich dachte, es ist ja langweilig, die ganze Zeit so ein Talking Head da zu sehen und das Auge kriegt irgendwie kein Kontrastprogramm und deshalb meinte ich, müsste immer was passieren. Aber dem ist offenbar nicht so. Also viele mögen das eben auch so und dann ist ja eben die Frage, warum diesen Aufwand betreiben. Aber auf jeden Fall Roomtour, Wunsch ist notiert, werde ich mal darauf zurückkommen. Ja, ich würde das also auch gerne wieder sehen. Das ist nämlich immer spannend. Hast du noch Zeit für eine letzte Frage oder musst du schon los? Nein, mach mal, mach mal. Also der Dezion hat nämlich was anderes gemeint, wir haben ihn missverstanden. Er meinte, dass es den Mac Pro gar nicht mehr braucht. Ach, den Mac Pro, ja, ja. Den Computer, den es einst mal gab und dann gab es ihn noch ein bisschen und dann haben sie einen neuen gemacht. Ja, das ist eine Diskussion, das ist eine Diskussion, die ja tatsächlich geführt wird und auch vor dem Hintergrund, dass wir ja lesen, dass Apple angeblich die Mac Pro-Pläne zwischenzeitlich nochmal auf Null gesetzt hat, weil das ursprüngliche Konzept wohl irgendwie nicht aufgegangen ist. Natürlich, das ist Gerüchteküche und ob da was dran ist, weiß man nicht. Aber wenn das sich bewahrheitet, wie der Mac Pro jetzt zuletzt skizziert wurde, dann stellt sich tatsächlich die Frage, wo fügt er sich da jetzt ein und wo hebt er sich jetzt tatsächlich so stark von dem Mac Studio ab, dass er seine Existenz rechtfertigt. Also ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir echt jetzt so ein Mac Pro, wenn es tatsächlich sich so zugetragen hat, dass Apple das noch nicht so ganz hingekriegt hat, wie sie es wollten, dass wir einen Mac Pro kriegen, der wie der iMac Pro so einen Übergang darstellt, dass überhaupt erstmal was da ist. Naja, das hat mich auch ein bisschen daran erinnert. Ich glaube, es war im Accidental Tech Podcast, wo sie eine ganz gute Theorie noch aufgestellt haben. Nämlich da wurde ja darüber diskutiert, über diesen, über den Prozessor, der da rein sollte, nämlich nicht zwei gekoppelte Hyper-M Prozessoren, sondern deren vier. Und die seien ja zu teuer und da haben sie dann die Theorie aufgestellt, dass der Vorteil früher vom Mac Pro halt war, dass sie die Intel Xeon Prozessoren nutzen konnten, die ja hergestellt werden in erster Linie für den Servermarkt. Und darum gibt es da genug Stückzahlen, darum werden die hergestellt und das rechnet sich für Intel. Und das Problem ist bei Apple, die würden diese Super-Prozessoren ja nur bauen für den Mac Pro und da wären die Stückzahlen natürlich extrem gering und darum wäre das Ding exorbitant teuer. Ich fand das eine sehr, sehr einleuchtende Logik. Andererseits, was ich dagegen halte, ist, Apple hat das ja im Voraus auch gewusst. Also die haben das nicht erst gemerkt in der Mitte des Prozesses. Ja, das steht zu erwarten. Aber ich meine diese Theorie, dass sie vielleicht etwas geplant haben, auch Richtung Modularität und da an eine Grenze gekommen sind, halte ich auch für durchaus vorstellbar. Und am Ende, dass es vielleicht möglich ist, aber dann die Preisthematik, also Mac Pro darf teuer sein, weil die, die ein Mac Pro brauchen, die haben ganz andere Budgets und auch Erwartungen. Aber irgendwo grenzenlos darf das eben auch nicht sein. Ja, schwer zu sagen. Also wir sind ja nur am spekulieren in der ganzen Richtung. Wir wissen ja nichts Offizielles, außer dass Apple immer wieder mal beteuert hat, dass dann noch ein Mac Pro kommen soll und da eben jetzt nicht ein Schlussstrich gezogen ist unter dieser Ankündigung. Schauen wir mal. Ich bin wirklich gespannt. Aber es ist lustig, der Mac Pro ist jetzt schon zum zweiten Mal das Produkt, was Apple angekündigt hat, bevor es kommt. Ja, und Apple hat ja noch nicht die besten Erfahrungen damit, wenn man Produkte frühzeitig ankündigt. Ich weiß, worauf du anspielst. Ich hatte auch gerade das Thema. Ich hatte auch gerade das Thema. Du hast ja sicherlich auch gesehen, diese Tesla-Ladenmatte. Die Tesla-Dings. Ja, ja, aber die kostet 200 Dollar und sieht grässlich aus. 300. 300 kostet sie. Oh, ja, ein bisschen über Budget für so einen Spaß. Ja, und sie ist vor allem auch enttäuschend. Also sie funktioniert jetzt mal in der Gestalt, dass du auflegen kannst, wie du möchtest. Das ist ja der Witz daran. Aber der Punkt ist, du kannst tatsächlich Apple-Geräte nur mit 7,5 Watt laden und nicht mit den 15 Watt, die bei Android-Geräten möglich sind. Und das wäre eigentlich so ein Sweet-Spot gewesen. Und das Zweite ist, was wir bei der AirPower ja damals auch faszinierend fanden, war ja die Möglichkeit, die Apple Watch gleichzeitig auch drauflegen zu können. Ja, aber die geht ja dann auch nicht. Das geht natürlich auch nicht. Also dementsprechend ist das nur so eine, ja, so eine halbe Ersatzdroge für die AirPower. Ja, das wurmt mich immer noch. Ich habe ja AirPower damals in echt gesehen, da in Cupertino, und habe einfach ein Foto davon gemacht. Und dann gedacht, ja, ja, das schaust du dir dann an, wenn es da ist. Und dann habe ich es links liegen lassen. Weil die hatten da wirklich funktionierende Produkte. Ich glaube, Gruber hat mal erzählt, die hätten schon funktioniert. Und ich habe es einfach schnell angeschaut und es wieder vergessen. Und nie gedacht, dass das dann da so ein mysteriöses Produkt wird, dieses AirPower. War einfach diese langweilige weiße Matte. Ich weiß auch, ich glaube 2017 war es mit dem iPhone X. Kann das sein? Ich glaube nach wie vor, dass sie da Großes vorhatten seiner Zeit. Und das war ja auch gerade diese Goldgräberstimmung, des kabellosen Ladens. Und vielleicht hat es sie auch vor Schlimmeren bewahrt, dass es gar nicht funktioniert hat. Weil vielleicht wäre das auch so ein Ding gewesen, dass selbst wenn die AirPower funktioniert hätte, sich dann aber irgendwann erschöpft hätte. Weil wir sehen ja bis heute, dass das kabellose Laden irgendwo, ja, sich in ganz kleinen Schritten weiter bewegt. Aber nicht so diese große Entwicklungskurve genommen hat. Damals wurde ja rumfantasiert gleich von Steckdosenadaptern, die ich am anderen Ende des Raumes habe. Und dann kann ich kabellos dann da laden, egal wo ich mein Gerät liegen habe und so. Und da ist die Technik ja bei Weitem nicht so weit. Und das kam ja auch relativ schnell. Die Biologie auch nicht. Bitte? Und die Biologie auch nicht. Ja, ja, eben genau. Da kam auch so ein bisschen die Sorge, dass man dabei wie so ein Grillhähnchen dann bearbeitet wird von der Steckdose. Ich hatte mal mit einem Zellbiologen zu tun, der einen Sensor entwickelt hat. Und da habe ich auch nur so ein bisschen gescherzt wegen den Strahlen. Da hat er gemeint, das sei ja total schmerzfrei. Aber sobald dann es losgeht mit Energietransferieren durch die Luft, da sei für den Schluss. Das gehe gar nicht. Das käme eben nicht in die Nähe. Das sei zu. Aber das, was wir da momentan an Elektrosmog produzieren, das sei harmlos. Da mache sich gar nichts Sorgen. Immerhin. Kann ich heute Abend gut schlafen. Genau. Aditma hat noch was Gutes. Stimmt. Der iMac. Den hätte er gerne mit M2 Pro gesehen. Das wäre natürlich ein tolles Produkt gewesen. Der iMac, der hängt jetzt wieder so ein bisschen auch hinterher. Das ist eigentlich das Produkt, was noch fehlt. Das stimmt. Das stimmt. Ich muss gerade so ein bisschen meine Gedanken sortieren. Ich weiß mal gar nicht, in welchem Podcast ich wo mittlerweile noch irgendwas erzähle. Ich habe die Tage nämlich noch mich ausführlich über den iMac unterhalten. Ach so, das ist tatsächlich in einem Podcast, der morgen noch erscheinen wird. Ach siehst du, du bist in der Zukunft. Ja, ja, genau. Weil ich mache ja noch den Mac in i Podcast. Und da ging es dann auch jetzt um Macs. Und da haben wir auch, also insofern kleiner Werbeblocker an der Stelle. Aber es ging da auch um den iMac. Und das ist tatsächlich ein sehr emotionales Thema. Also ich war ja auch ein großer begeisterter iMac Nutzer. Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass der große iMac ja eine größere Pause mindestens einlegt, wenn er nicht sowieso komplett verschwindet. Aber für viele ist es nach wie vor halt sehr, sehr bedrückend. Wir haben ja auch einen im Haushalt. Meine Frau arbeitet mit einem. Und sie macht riesige Photoshop-Projekte. Ich staune da jeweils, wenn sie da ihre riesen Projekte hat, wo sie da so rein und raus zoomt. Und sie liebt die Kiste über alles. Also das ist so schnell. Sie hat das Modell mit 16 GB RAM allerdings. Und also sie hat überhaupt keine Lust, was Neues zu kaufen. Also ich fand immer unter ästhetischen Gesichtspunkten habe ich diesen iMac auch geliebt. Was mich immer so ein bisschen bewegt hat, war die Sorge, dass wenn das Display mal irgendwie Schaden nimmt nach vielen Jahren, was ja durchaus sein kann, dass dann der ganze Mac dann im Grunde ein Problemfall ist. Gut, solange du noch externe Displays anschließen kannst, kannst du dir ja noch irgendwie behelfen. Aber ist dann auch doof, wenn du dieses Riesenmöbel hast und dann noch einen externen Bildschirm daneben. Genau, das ist genau der Punkt. Und irgendwann bist du bei Apple ja auch aus der Reparierbarkeit dann ja auch raus. Und wie ärgerlich ist das, wenn der Mac es noch gut tut und das Display dann nicht mehr funktionsfähig ist. Deshalb bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das jetzt mittlerweile getrennt habe. Auch wenn es im ersten Moment auch so eine Überwindung war und ich auch überlegt habe, was mache ich denn jetzt überhaupt? Will ich überhaupt noch stattfinden? Ja, Desion schreibt auch gerade, er geht sogar davon aus, dass das aus dem Sortiment fliegt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der iMac ist so ein zentrales Produkt in der Apple-Überlegung, dass der nicht von Mac Mini und Monitor ersetzt wird. Weil, also ich habe es ja bei mir gesehen, das Installieren des Mac Mini ist nicht trivial. Das Installieren des iMac ist ein Traum. Das ist halt wie ein Laptop, also du stellst es einfach ein und es funktioniert, ist alles in der Box, du musst dich nicht kümmern, es funktioniert. Darum glaube ich schon, dass der iMac erhalten bleibt. Aber redest du jetzt vom 24-Zöller oder generell von dem iMac? Ah, meine Güte, ja stimmt, der ist ja gar nicht 27-Zoll, der ist ja 24, gell? Ja, also den 24-Zöller... Er hat natürlich den 27er gemeint. Da glaube ich auch, dass der fortgesetzt wird. Der wird ja anscheinend ja gleich den Sprung machen zum M3, wie man ja liest und gar nicht... Ja, das wäre elegant, ja. Ja, das ist auch okay. Weil er ja auch kein Pro braucht. Es ist auch, glaube ich, nicht so ein... Ja, eben, das ist auch nicht so ein Mac, der ständig aktualisiert werden muss oder der eine Zielgruppe anspricht, die jetzt dann diese Zwischen-Steps braucht. Der kann auch größere Aktualisierungszyklen gut verkraften. Ja, lock auf, lockig. Ja, das ist so ein Home-Mac sozusagen. Stimmt, der hat ja 24, das habe ich völlig verdrängt. Stimmt, der ist ja ein bisschen kleiner. Aber ich finde die Größe einfach so perfekt von diesem iMac. Das habe ich ja auch lustig gefunden. Das ist ja auch, um zum Studiodisplay zurückzukommen. Ich hatte ja lauter 32-Zoll-Monitore hier immer zum Testen und fand die immer so ein bisschen groß, aber schon noch cool. Und dann kam da dieses kleine Studiodisplay und ich fand es perfekt, weil ich da wieder nebendran vorbeigucken kann, sehe, wenn jemand hier ins Büro kommt und hinter dem 32 bin ich einfach verschwunden. Ich finde die Größe 27 Zoll finde ich schon gut und 24 finde ich halt noch entspannter, weil da hat man wirklich ein bisschen Platz. Im Großraumbüro siehst du die anderen Leute noch. Ich laufe jeden Tag an einem Architekturbüro vorbei, wo sie immer noch ganz viele iMac 5K drin haben, die alten, und jetzt haben sie angefangen umzurüsten. Und sie haben ein paar iMac 24 Zoll drin und ein paar Studio mit Studiodisplay. Und das sieht schon elegant aus. Ja, 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 also unter dem Gesichtspunkt, du hast ein Büro, wo es mehrere von den Geräten gibt und auch so wie Apple das ja inszeniert, so als Lifestyle und erst bunt und du bewunderst die Rückseite, dann ist das kleinere Format natürlich ein Augenschmeichler, also mehr ein Augenschmeichler als ein größerer Bildschirm. So eine Arbeit, muss ich sagen, 27 Zoll ist für mich schon so der Sweet Spot. Also das ist groß genug, um vernünftig zu arbeiten. Tendenziell dürfte es auch gerne 28 Zoll sein. Anders als gewisse andere Leute bin ich jetzt nicht dafür, einen Riesenbildschirm haben zu wollen, weil ich dann... Wir wollen hier keinen Namen nennen. Nein. Aber wir wissen alle, wer gemeint ist. Bildschirme können nicht groß genug sein, dass er nicht vor einer Kinoleinwand sitzt und arbeitet. Das ist alles. Ja, das hat schon irgendwie Grenzen, weil dann verliere ich mich halt auch auf so einem Bildschirm und muss immer so von ganz oben links nach unten rechts gucken, um dann noch irgendwelche Fenster wieder zu finden. Ich glaube, jetzt habe ich dich aber tatsächlich auch ganz schön überzogen. Ja, da bist du aber selber schuldig. Ich habe dich gefragt. Ja, ich habe überzogen. Ich habe überzogen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann kommt das große Dankeschön für deinen Besuch, dass du hier Testkaninchen warst, was diese Gästesituation in diesen Livestreams angeht. Und ich würde sagen, das hat also sehr, sehr gut funktioniert. Wir müssen noch ganz schnell, bevor du abzischst, Werbung machen, wo man dich überall sieht. Apfelfunk, der Podcast. Genau. Heise, das Magazin. Ja, beziehungsweise du musst ja noch beim Apfelfunk, da bist du ja auch mit dabei, deshalb sollten wir das ja auch erwähnen. Apfelfunk am Hörer, immer am letzten Freitag im Monat. Ist das schon diesen Freitag? Nächste Woche Freitag. Ah, gut. Nächste Woche Freitag, nächste Folge, da bist du ja dabei, Michael Reimann, Jean-Claude Frick. Ja, aber Heise mache ich die Heise-Show, Mac and I Podcast. Und ja, das war es dann auch. Das reicht ja eigentlich. Du schreibst auch Artikel, habe ich gesehen. Ich schreibe Artikel, ja, ja, genau, ich schreibe Artikel und ja, Hans dampft. Er macht alles. Ja. Und morgen sieht man dich im, oder hört man dich im Mac and I Podcast. Genau, morgen ist dann die neue Folge vom Mac and I Podcast da und das ist so, ja, mein zweiter Apple Podcast, kann man gewisserweise sagen mittlerweile. Ja, ist aber auch ganz, ganz schön, weil wir da auch mal über, also der Apfelfunk ist ja eher so über News-Themen, wir beleuchten ja immer so die vergangene Woche und beim Mac and I Podcast gehen wir halt mehr so auf Magazin-Themen, zeitlose Themen manchmal auch ein, so allgemein, Kaufberatung und all solche Sachen und das finde ich auch ganz interessant, da mal sich da damit auseinanderzusetzen, wobei die Expertise da nicht bei mir liegt, ich moderiere den ja nur, sondern das sind dann tatsächlich die Redaktionskollegen, die da sich super auskennen. Und das werde ich sehr freuen, der Locutus von Borg bedankt sich bei Malte für den Besuch hier. Ich danke, dass ich da sein durfte. Also dann werfen wir ihn jetzt raus, jetzt finden wir raus, was passiert, wenn wir jemanden aus dem Livestream rauspfeffern. Also tschüss, tschüss, danke vielmals und bis spätestens Freitag. Tschüss. Und weg ist er. Jetzt müssen wir da wieder zurückschalten. Tschüm, 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 tschüm. Da schnell Umbaupause auf Normal. Jetzt können wir nämlich da wieder nach oben switchen. Mal schauen, ob das funktioniert. Und das ist angeschlafen. Die Kamera mag nicht mehr. Die macht Feierabend. Oder kriegen wir die noch hin? Nochmal, zack. Nein, die oben drüber. Doch, da ist sie. Juhu. So. Jetzt aber wieder zurück auf die Hauptkamera. Da ist sie. So. Also das war jetzt eine gefreute Sache mit dem Kollegen Malte. Das hat super geklappt hier. Ich war ein bisschen unsicher, ob wir das hinkriegen mit dem Livestream und mit Gästen. Aber das funktioniert wirklich tadellos, muss ich sagen. Da habe ich wirklich große Freude. Ganz schnell Trinkpause. Und ich würde sagen, falls noch jemand Fragen hat, die ich übersehen habe, jetzt wäre die Chance. Und sonst machen wir dann schon ziemlich bald Feierabend. Wir sind ja schon weichend dran. Okay. 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 So, was haben wir da noch? Chip, 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 chip. Ah, Fabian hat auch geschrieben, dass er vom iMac zum Mac Mini gekommen ist. Bei mir war der Mac Mini ja ehrlich gesagt der allererste Mac überhaupt, den ich mir gekauft habe. Ja, ich hatte ein altes MacBook Pro meiner Frau als Testgerät, wenn ich irgendetwas ausprobieren musste. Das lag noch rum, aber das war schon alt, als ich es übernommen habe. Nein, der Mac Mini ist der erste Mac, den ich mir gekauft habe. Und den nutze ich wirklich immer noch rauf und runter. So. Mein Lieblings Sportloop. Das ist eine gute Frage. Ich trage die Klettverschlussarmbänder nicht mehr ganz so oft, seit ich, jetzt muss ich gerade gucken, was ich, ah nein, das ist das Bandwerkding. Für mich haben die Sportloop-Bänder ein bisschen an Reiz verloren, seit es die Alpine Loops gibt, die ich ein bisschen lieber noch mag. Aber, mein Lieblings Klettverschlussarmband ist und bleibt das Indigo, das ist so eine Mischung aus Borderrot und Violett, was ich immer noch großartig finde. Ich finde es das Schönste, bei den neuen Sportloops stört es mich ja immer ein bisschen, dass sie links eine andere Farbe haben als rechts. Ich finde das immer so ein bisschen asymmetrisch, das stört mich immer ein bisschen. Ah, Markus bedankt sich hier noch. Ja, das mit dem unaufgeregt und natürlich, das ist das Tolle hier an YouTube. Das dachte ich einfach, das funktioniert nicht, aber es funktioniert eben doch. Und anders hätte ich auch gar keine Lust drauf, wenn man jetzt hier ein Theater veranstalten müsste und irgendwelche, ich hätte zwar hier Knöpfe mit Soundeffekten, aber wenn man dann irgendwelche so Rimburium abfahren müsste, da hätte ich ehrlich gesagt gar keinen Spaß daran. So, was haben wir hier? Bam. Ich weiß nicht mal, ob ich das gehört habe. Ah, Schreckschraube fragt nach dem Buchs. Mit dem bin ich sehr weit gekommen. Ausdauer, halt wirklich ewig. Ich nutze es immer noch, kommen immer noch so viele Fragen. Ich habe diesen Montag für den Tagesanzeiger auch meine Review dazu publiziert und auch ein Video. Mittwoch war es in allen Tamedia-Zeitungen, das Buchs-Dings. Da kamen so viele Fragen dazu. Also ich muss wirklich sagen, ich verwende es sehr, sehr gerne. Ich war jetzt auch, als es da sehr sonnig war, dieser Tage war ich damit auf dem Balkon und habe Notizen geschrieben. Das ist schon auch sehr toll. Was ich ja auch wieder dabei habe, ist ja das, das ist mein Zwi-Pad, das 18er, mit der lustigen Folie drauf. Wo ich da ja, da vorne sieht man es am Notch. Wo ich bei der Installation fast verzweifelt bin. Ja, ich bin, am Buchs habe ich viel mehr Freude als an der Paper-Like-Folie. Ich war vorhin schon kurz davor, sie wegzumachen, weil ich wieder beim Bedienen habe ich einen Knopf gedrückt und der ist nicht sofort gekommen. Da habe ich fast die Geduld verloren und gedacht, wir nehmen es dann, theatral ist hier im Livestream wieder weg, aber ich lasse es jetzt noch drauf, diese Paper-Like-Folie. Das iPad bedient sich einfach nicht annähernd so flüssig, wie ich mich das gewohnt bin. Darum mag ich die, oh, jetzt habe ich mich riesig gemacht. Habe ich da jetzt richtig gesehen? Da sind immer noch 440 Leute da. Meine Güte. Ups. Ja, so viele Leute. Nein, das Buchs hat sich wirklich sehr, sehr gut bewährt. Das Ding ist halt, OneNote funktioniert darauf nicht so wirklich und das ewige Geflackern, wenn man etwas Schnelles macht, ist auch nicht ganz so ideal. Ein Leser hat mir geschrieben, er hätte auch gerne so ein E-Book-Dings, aber noch mit Farbe, aber da sind wir, glaube ich, noch ganz weit davon entfernt. Also das ist ja schon ein Nischenprodukt und ziemlich teuer und noch ein teureres mit Farbe-Ink. Ich weiß auch gar nicht, wie gut Farbe-Ink inzwischen ist. Ich habe die Technologie überhaupt nicht, es müsste sie geben, aber wie gut sie ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, Markus findet das Kindle besser, um zu lesen. Ja, für mich ist das E-Ink, um zu lesen, halt auch sehr vorteilhaft, weil ich da nicht auf blöde Ideen komme. Beim iPad denke ich dann immer, oh, ich könnte ja noch schnell gucken, was auf YouTube ist, ob jemand einen Kommentar geschrieben hat. Oh, bei Twitter könnte ich auch noch. Oh, ich habe eine gute Idee, das könnten wir noch auf Mastodon schreiben. Und es ist ein fokussierteres Lesen, wenn man halt nicht so wahnsinnig viele Sachen hat und sich nicht ganz so leicht ablenken lässt. Aha, nein, 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 das war mit Malte schon lange abgemacht, das ja natürlich vorzeitig geht. Ich überziehe jetzt einfach noch ein bisschen, weil jetzt eh gerade schon alles läuft. und ich sehe ja, die PC-Auslastung ist um vielleicht 10% gefallen, seit der Gast weg ist. Also da hätten wir durchaus Potenzial, um auch mal was mit zwei Gästen zu machen. Ja, muss ich mir mal überlegen. E-Ink schont auch die Augen, sagt Tom Mittel. Ja, ich finde es sehr angenehm, darauf zu lesen, das schon. Die Zwölferreihe hat einen miserablen Akku, sagt Jan Hendrik. Ja, die Zwölfer waren die Ersten mit 5G und wir alle haben es im Test nicht so bemerkt, wie nicht gut oder wie schlecht die Akkus sind, weil wir alle zu Hause waren. Aber warum schreibt er das? Ah, Fabian. Bin ich der Einzige, der das neue iPhone einen Downgrade macht? Bin nun vom 14 Pro zurück aufs 12 Pro gewechselt. Finde ich das besser? Das würde mich interessieren, was er besser findet am 12 Pro. Die Haptik, weil es runder ist. Ansonsten, wie gesagt, Akku ist sicher nicht gleich gut. Kamera ist seit dem 11er bei allen Pro sowieso sehr, sehr gut. Von daher. Stimmt, das lustige BMW-Auto mit den E-Ink-Farben, da erinnere ich mich dran. Das war auch so ein lustiger Stunt. Bei Apple gibt es ja Gerüche, dass sie ein Uhrenarmband auch mit E-Ink machen, was die Farbe ändert. Hatte Sony schon vor Ewigkeiten mal. Sony hatte mal auch so ein paar Uhrenprojekte und das eine war auch ein E-Ink-Armband, was die Farbe gewechselt hat. Das war auch spannend. Fabian fragt, mit welchem Programm ich die Videos schneide. Ich würde sagen, momentan ist es etwa 50-50 Lightroom, äh Lightroom, so ein Quatsch, damit kommt man nicht sehr weit. Final Cut oder LumaFusion. Final Cut halt auf dem MacBook und auf dem iPad LumaFusion. Aber das variiert immer so ein bisschen, was ich gerade zur Hand habe. Wenn ich etwas ganz schnell und sofort machen will und ich den Laptop da habe, nehme ich tendenziell eher den Laptop. Und wenn ich einfach was aufnehme und es im Verlauf des Tages schneiden möchte, dann werfe ich es aufs iPad, weil das ist viel entspannter. Da kann ich mich aufs Sofa setzen und dann ist das Video geschnitten. Desion sieht den Sinn von 5G nicht. Ja, das ist auch ein gutes Zeichen. Ich weiß noch, wie damals 5G in der Schweiz kam und ich das erste 5G-Handy hatte und der Kollege Lorenz Keller wusste, wo es die erste 5G-Antenne hat. Es hatte schon mehrere, aber die meisten waren irgendwie nicht so richtig im Betrieb und hat man nicht erreicht und da hinten beim Prime Tower in Zürich hatte es eine und dann stand ich dann da und habe 5G gesucht. Irgendwann hatte ich es und dann wusste ich nicht, was ich jetzt machen soll. Ich habe einen Speedtest gemacht und bin wieder zurück auf die Redaktion. Nein, das Tolle an 5G ist einfach, dass es das hohe Tempo für viel, viel, viel mehr Leute bereitstellt. Tempo alleine, LTE ist auch schon schnell genug. Nein, 5G ermöglicht halt, dass alle Leute schnelle Tempi haben. Darum ist es spannend. Aber im Alltag ist es jetzt nichts, wo man denkt, oh wow. Also hin und wieder schon, wenn ich irgendwelche Videos mit Affentempo hochlade oder sowas, aber für die meisten Leute merkt man es wirklich nicht, weil ich wusste damals auch nicht, was ich jetzt für eine Riesendatei runterladen soll. Ja, die Paper-Like-Folie, ja, es ist wirklich keine Freude danach aufs iPad zu gucken, das ist schon ein Problem. Aber dafür macht das Schreiben darauf, oder vor allem das Zeichnen macht darauf so viel Spass. Käfig möchte, hat ein MacBook Air M1 am alten, Apple-Display möchte ich einen Mac Mini kaufen, wen soll ich nehmen M1 M2? Es kommt ein bisschen darauf an, was du für Ansprüche hast und was du damit machen möchtest. Lustigerweise ist ja der günstigste M2 in vielen Fällen günstiger als der günstigste M1, darum spricht eigentlich ganz viel für den M2. Ich würde es ein bisschen vom Preis abhängig machen. Ah, Jan findet die Kamera im 14 Pro zu groß. Ja, die ist schon sehr, sehr wuchtig, muss ich auch sagen. Aber das stört mich jetzt im Alltag optisch und haptisch überhaupt nicht. Erstens fasse ich damit den Fingern nicht hin und für die Kamera mache ich jeden Kompromiss mit. Die kann von mir was noch größer werden. Ich finde die neue Huawei-Kamera spannend, die sie da haben. Wurde heute vorgestellt, eine große Kamera und dann oben links und oben rechts noch zwei kleinere Ergänzungskameras. Das kommt meiner idealen Handy-Kamera sehr, sehr nah. Ich hätte am liebsten einfach ein sehr, sehr gutes 24 Millimeter drauf, was dann aber auch wirklich unglaublich super ist und nicht noch x anderes Zeug drumherum. Aber... Ja. Ah, Fabian meldet sich noch. Farbe und Haptik stören ihn. Welche Farbe hat denn das Zwölfer? Das Zwölfer weiss ich gar nicht mehr, welche Farbe das hatte, ehrlich gesagt. gab es das Zwölfer in diesem schönen Petrol-Grün? Ach so, so hat René das gemeint. Ja, aber das ist ehrlich gesagt auch das entspannte an diesen Livestreams. Man kann später kommen, man kann gehen, man kann zwischendurch eine Pause machen, man kann was anderes gucken und das Tolle ist ja, das wird alles archiviert und man kann es nachher nochmal in aller Ruhe gucken. Ich merke übrigens gerade, dass ich immer noch die Kopfhörer im Ohr habe. Die brauche ich ja gar nicht mehr, jetzt wo wir Malte nicht mehr hören. Oh, jetzt ist Apple Music gestartet. So, weg. Ups, wo ist das Vorschaufenster? Hier ist es. Ich habe im Ohr habe ich ja immer diese die Samsung-Bohnen. Die finde ich großartig für genauso Live-Situationen haben sich die so bewährt. Ups. Was wird da geladen? Die sind nicht so auffällig wie die AirPods da mit den weißen Stäbchen raus und die verwende ich immer bei den Livestreams. Jetzt muss ich schauen, dass ich sie wieder lade. Jetzt haben die das nächste Mal keinen Strom. Praktischerweise haben sie auch USB-C und man muss da nicht noch ein Lightning-Kabel suchen, wie bei gewissen anderen Kopfhören. Gut, die AirPods kann man ja zum Glück auf dem MagSafe und dem Apple Watch Lade-Doc laden. So. Wo waren wir? Ja, da hat Fabian nochmal zusammengefasst. 12 Max war wirklich Farbe, Haptik, Preis und Kamera. Ist das 12 noch das letzte Runde? Das kann sein, oder? Das 12 war noch rund und dann kam das 13. Was kantig war. Bin ich jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, will ich es. Ah, guck. Hallihallo Dave. Da haben wir es noch davon, dass man irgendwann dazukommen kann bei diesen Livestreams. Das wird ja nicht irgendwie... Man verpasst ja nicht... Also doch, man verpasst schon was, aber man kann es ja auch nachträglich noch hören und man kann ja einfach irgendwann reinhüpfen. Mein Wunschmonitor sähe aus wie das Studio-Display. Hätte aber einen zweiten Eingang. Hätte selber Airplay, dass ich das iPad einfach in die Nähe halten kann. Irgendeine Geste mache und dann hüpft das iPad da drauf und dann kann ich das iPad nutzen und hätte natürlich Mini-LED oder Mikro-LED Technologie drin. Hätte auch das Nanoglas, was ich ja so großartig finde, weil es halt nicht reflektiert und alles so schön entspannt ausschaut. Ja, ein smarteres, kommunikativeres Studio-Display wäre eigentlich mein Traummonitor. Größe 27 Zoll ist genau perfekt für mich. Worüber wir noch streiten könnten, muss es 16 zu 9 sein. Ich hätte lieber 3 zu 2, ehrlich gesagt. Das Huawei-Display finde ich darum sehr, sehr spannend. Das hat ja ein 3 zu 2-Display, also von daher, ja. Ich würde sagen, das kommt meinem Wunsch-Display sehr, sehr nahe. Und dann, ja, vielleicht noch eine bessere Webcam, aber die nicht irgendwie hässlich obendrauf gepflanscht ist. Und, ja, vielleicht noch ein bisschen dünnere Ränder. Das Studio-Display hat relativ dicke Ränder, jetzt, wo ich es mir gerade angucke. Und sonst, die Lautsprecher sind sehr, sehr gut, da möchte ich nichts geändert haben dran. Ja, einfach noch Airplay oder sowas wäre großartig. Kronos hat noch eine Frage dazu, den SSDs, die Apple verbaut. Meine Erfahrung ist ein bisschen, oder erst zusammengefasst, die kleinen Speichergrössen bei neueren Apple-Produkten sind meistens, die haben nicht ganz so schnelle SSD wie die grösseren, weil Apple da ein bisschen knausert. Es gibt jedes Mal eine große Kontroversie und ganz viele YouTube-Videos, dieses, bloß nicht dieses kaufen, aufgepasst, es gibt ein MacBook, was falsch ist. Die Leute, die sich darüber aufregen, sind meistens die, die es sowieso nicht kaufen würden. In meiner Erfahrung ist es nicht so dramatisch. Es ist einfach nicht sehr viel Speicher, das ist das viel Dramatischere daran. Es ist dann halt irgendwie nur 256, wo man dann schon an Grenzen stößt, sehr, sehr schnell. Also gerade, wenn man einen Laptop sehr, sehr lange nutzen möchte, oder einen Mac Mini, oder was auch immer, ich würde schon, nicht wegen dem Tempo, ich würde einfach wegen der Langlebigkeit schon eher auf 512 gehen, glaube ich. Desion berührt, der toucht immer auf die Kamera aus Versehen. Ja, ja, beim Pro ist es eher der Fall, beim Max ist es weniger, aber bei mir ist es anfangs auch häufig passiert, dass, wenn ich Weitwinkelfotos gemacht habe, das immer noch so ein bisschen von meinem Finger drauf war, weil ich da mit dem Finger zu nah war. Ah, Disco verabschiedet sich. Tschüss, tschüss. Amiga ist ein Fan der 48 Megapixel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bemerke die im Alltag nicht. hin und wieder aktiviere ich sie und finde sie lustig, aber so wirklich bemerke ich die nicht. Nutzt ihr die 400, äh, ich sage immer 84, 48 Megapixel, oder ist das etwas, was ihr einfach, für mich ist es ein Mitnahmeeffekt, ehrlich gesagt. War ja auch die Diskussion beim Galaxy, beim Ultra, da mit den 200 Megapixeln. Da habe ich sie auch für mich so erklärt, ich finde es super praktisch, hat man es, aber ich brauche nicht 200 Megapixel Fotos. Ich finde es einfach super, dass der mit diesen 200 Megapixeln hat halt der Bildprozessor viel, viel mehr Spielraum und kann viel, viel mehr rechnen und darum ist es spannend. Ist eigentlich wie so ein bisschen Overhead-Bandbreite, die man auch nutzen kann, aber die ja jetzt nicht im Endprodukt ausgenutzt wird, sondern die man einfach dann, die es dem Prozessor ermöglicht, bessere Fotos zu machen, weil er mehrere Pixel zusammenrechnen kann und solchen sauber veranstalten kann. Welches Testprodukt hat mich am meisten geärgert? Oh, das waren viele. Eines der ärgerlichsten war, was war das? Ah, Sony hatte mal so Kameras, die man hinten ans Handy machen konnte. Die Q-Kameras. So ein vielversprechendes Produkt. Leider haben sie überhaupt nicht funktioniert. Das war so schade. Die sind inzwischen längst wieder eingestellt worden. Haben eigentlich nur mit dem iPhone gut funktioniert, mit den Xperia-Handys, was ich damals hatte, haben sie überhaupt nicht funktioniert. Und was hat mich in letzter Zeit am meisten geärgert? Muss ich auch gerade überlegen. Ah, das ist jetzt gemein, ist nochmal Sony. Ich bin ja großer Fan in der Sony-Kameras hier, die überall hängen, aber ich habe eine Sony-Soundbar habe ich mir mal kommen lassen, um sie anzuhören. Und die habe ich dann postwendend wieder zurückgeschickt, weil sie einfach nicht gut geklungen hat. Riesen Aufwand mit dem blöden Ding dann wieder auf die Post gelatscht. Was für Musik hörst du so? Oh, unglaublich viel und Verschiedenes. Ich habe ja lange beim Radio gearbeitet und war DJ und Kreuz und Quer höre ich Musik. Ich mache immer so Ende Jahr oder Anfang Jahr mache ich immer die Liste mit meinen Lieblingssongs. Wenn du schreibst, kann ich dir den Link dazu mal schicken. Ich vertwitter das immer so Anfang oder Ende Jahr. Das sind immer Kreuz und Quer. Ich höre ganz, ganz viel BBC Six, den Musiksender der BBC. Das mag ich sehr. Oder FM4 in Österreich ist auch großartig. Das sind so meine Lieblingsradiosender, die meinen Musikgeschmack sehr, sehr gut treffen. Stimmt, das 11er war das letzte Runde, das 12er war schon kantig, dann das 13er, das 14er. Ja, das stimmt, darum kommt ja jetzt mit dem 15er auch das neue Design. und Apple macht hier inzwischen 3 Sprung. Es gab das iPhone X, dann das XS und dann das 11er, das war wieder ein 3 Sprung und jetzt das 12er, das 13er, das 14er und jetzt kommt wieder ein neues mit dem 15er und dann hoffentlich USB-C. Kronos möchte jetzt noch über den Mac reden, nachdem er später gekommen ist und die ganze Mac-Diskussion mit Malte verpasst hat. Aber wir können auch noch kurz über den Mac reden. Aber wir haben eigentlich fast alles schon besprochen. Oh, es sind schon wieder so viele Fragen gekommen. Übrigens an der Stelle noch den Hinweis, wenn ich eine Frage übersehe, ist das nicht Bösartigkeit, sondern einfach, es geht zu schnell und ich komme nicht nach. Darum ungeniert Fragen mehrfach posten, jetzt nicht 100 Mal, aber... Käfi fragt noch nach Alternativen zum Studiodisplay. Wenn man ein 5K haben will, wird es schnell schwierig. Samsung hat einen neuen im Sortiment, der dann irgendwann auch mal bald kommen sollte. der sehr vielversprechend ausschaut und hoffentlich nicht ganz so teuer ist wie Studiodisplay. Der ist sicher eine Option. Was ich ganz spannend fand, was ich mir fast gekauft hätte, ist dieser LG-Monitor. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Den kann man an den Tisch schrauben und dann kann man den Monitor auch schon so bewegen. Der ist sehr, sehr spannend. Und die Dell-Monitore sind auch die meisten sehr, sehr schön. Aber die neueste Generation gefällt mir optisch nicht mehr ganz so gut. Die vorletzte fand ich optisch schöner. Aha, Carsten hat auch an Dell gedacht. Ich hatte mal, jetzt muss ich überlegen, ich hatte von Dell mal den ultra teuren, der da irgendwie so 5000 Euro kostet. Den hatte ich mal hier zum Test. Eigentlich wollte ich nur den, Dell hatte einen günstigen Thunderbolt-Monitor und dann habe ich geschrieben, ob sie mir den mal schicken könnten. Dann hatten sie den aber nicht vorrätig, um das nicht ausprobieren zu können. Dann haben sie gesagt, aber sie hätten doch das Modell blululul, was auch Thunderbolt hat und beschäftigt und naiv wie ich war. Da habe ich geschrieben, ja, ja, super. Schick den mal. Und dann kam eine Riesenkiste. Da habe ich mal nachgeschaut. Das war das Fünder zum Pro Display XDR, was mir Dell mal geschickt hat. Da habe ich sogar ein Video dazu gemacht. Der war super toll, war ein bisschen laut und hat gestunken nach Plastik. Das war wirklich enttäuschend, weil ich hatte schon lange keine Produkte mehr, die nach Plastik gestunken haben, aber dieser Monitor hat wirklich, hat vielleicht auch schon den einen oder anderen Test hinter sich gehabt, aber der hat wirklich einfach nicht gut gerochen. Immer da oben, wo die Abluft rauskam, kam so ein bisschen so verbräselt, sagen wir auf Schweizerdeutsch, Plastikluft drauf. Tömi fragt, ah ja, wir haben gar nicht lange über Zubehör für den Mac gesprochen. Ich habe die große SSD dran und ein Hub, ich habe den Orico Hub dran. Ich habe mal ein Video gemacht zum Mac Mini, das findest du, wenn du nach Mac Mini, Zayer und Einrichten suchst. Da siehst du ihn, den habe ich aktuell dran, aber ich habe auch den Call Digit Hub und ich habe ein paar Hubs hier, die ich ausprobiert habe, aber der Orico war der letzte, den ich getestet habe und dann habe ich ihn einfach dran gelassen, weil ich zu faul war, wieder zurückzubauen. Ja, bei Landschaftsaufnahmen, das ist wirklich ein Paradebeispiel für die 48 Megapixel. Guter Punkt vom Amiga Boy, da sieht man schon den Unterschied. Gerade das mit dem Nachschärfen ist schon nicht immer so schön. Aber insgesamt finde ich, die iPhones machen eh alle sehr, sehr gute Landschaftsaufnahmen. Da sind sie immer sehr, sehr gut, finde ich. Alex hat es gerade noch so in den Livestream verpasst. Was habe ich verpasst? Malte hast du verpasst. Malte war zu Besuch. Onkel Malte von Wilhelmshaven. Ja, wir haben an Malte die Gästefunktion hier getestet und sie hat funktioniert. Ihr könnt euch also auf mehrere Gäste oder mehr Gäste in Zukunft einstellen. Fabian fragt nach der Watches and Wonders Messe. Die interessiert mich sehr und ich muss zugeben, ich habe mal, ich dachte, die sei Ende Februar, war sie dann aber nicht oder Anfang März und jetzt ist sie dieser Tage eigentlich. Das wäre peinlich, wenn ich sie verpasst hätte. Ganz schnell gucken, ob die jetzt dieser Tage stattfindet. Watches in the Wild, Editor's Pick, Houdinki Radio. Na, ich bin da schnell auf die Houdinki Webseite. Das ist immer ein guter Trick, um mal zu schauen, was sich in der Uhrenwelt so tut. Lange ihn wieder, die machen wirklich schöne Retrohren. Aber da steht noch nichts von Watches and Wonders. Habe ich es verpasst oder ist es erst? Ich glaube, das ist erst noch. Aber da habe ich schon immer ein Auge drauf, was Neues kommt, aber einfach auch mehr so aus natürlicher Neugierde heraus. Die Apple Watch Series 8 ist großartig, aber die Apple Watch Series 7 war auch schon großartig, um es kurz zu machen, was Dave da fragt. Es spricht nichts gegen die Achter, ehrlich gesagt. Also wenn man es nicht leisten kann, würde ich immer die Achter nehmen, wenn man ein bisschen aufs Budget achtet, eher eine Siebener. Die SE 2 hat natürlich den besseren Sensor drin und hat alle neuen Funktionen, aber nicht den Immeran-Bildschirm. Und wer mich kennt, weiß, ich würde immer den Immeran-Bildschirm nehmen. Den ziehe ich allem anderen vor. Ah, das ist eine gute Frage. Apple Music Classic und Apple Music, ja. Das finde ich schon sehr, sehr lustig, wie Apple da Spotify in den Rang abläuft. Ein Spotify-Manager hat es ja neulich gesagt, als sie ihn gefragt haben, wo ist denn jetzt Spotify HiFi den Lossless und Rundumklang-Angebot von Spotify, was sie ja irgendwie vor zwei Jahren angekündigt haben, dann hat er gesagt, sie hätten das eigentlich vorbereitet gehabt, aber dann habe sich die Konsumlandschaft geändert, was einfach hieß, Amazon und Spotify geben es halt gratis und sie wollten eigentlich dafür Geld verlangen. Und jetzt dieser Tag ja auch wieder, Spotify hat dieses Update angekündigt, was einfach den Stream ein bisschen tick-tockiger macht und ein bisschen hübscher, wenn man das mag. Ich mag einfach lieber meine Alben und nicht irgendwelche Empfehlungen, weil die sind selten interessant. Und Apple kommt hervor und sagt, übrigens, wir machen jetzt noch Apple Music Classical und wenn ihr ein Abo habt, ist das übrigens auch noch gratis. Tabam! Ein Apple Music macht das schon sehr, sehr schlau. Das mit dem Lossless, die meisten Leute hören das nicht. Das ist mehr so, ich finde, das ist immer so ein bisschen gimmicky mit diesem Lossless. Vermutlich können es die AirPods Pro 2 schon, Apple muss es nur noch freischalten, aber muss man dann mal schauen. Ich denke, die AirPods Pro 2 haben so das Schläferpotenzial, dass sie da noch ein paar Funktionen haben, die wir momentan noch nicht kennen. und das mit diesem verlustfreien Audio-Standard. Ich habe neulich, was sich unglaublich lohnt übrigens, falls ihr noch nicht genug YouTube geguckt habt, Nilay Patel von The Verge hat ein Gespräch geführt mit dem Chef von Sonos und dem Chef des Soundboards von Sonos. Etwa ein stündiges Gespräch, unglaublich spannend. Ich empfehle es dringend, das mal zu schauen. Das ist ganz spannend. Da geht es um die verschiedenen Audio-Standards und warum Sonos dieses macht und jenes macht. Die zwei geben sehr, sehr ehrliche Auskunft. Das hat mich sehr gefreut. Ganz spannendes Gespräch. Ich empfehle es sehr, das auch mal noch zu hören. Und da hat er auch gemeint, der Typ vom Soundboard, also brauche dann schon unglaublich gute Lautsprecher, damit man den Unterschied auch wirklich merkt zwischen Lostless und Nicht-Lostless. Ich will mir da nicht zu große Hoffnung von diesem Lostless machen. Atmos finde ich viel, viel spannender. Bildqualität ist einfach immer noch was anderes, wenn man eine große Kamera hat. Aber das ist ein bisschen das Lustige, dass wir diese Frage jetzt gerade haben nach dem Lostless-Dings. Für die meisten Leute reicht es völlig, die Handyfotos. Wenn man aber nebenher ein Foto hat, was von einer grösseren Kamera mit einem grösseren Sensor, mit einem richtigen Objektiv und ohne Software, Nachschärfe, Zaubertricks kommt, ist das schon was anderes. Aber das klingt auch ein bisschen so, wie die Leute, die sagen, Schallplatten klingen gut, CDs klingen doof. Also da darf man sich auch nicht zu viel darauf einbilden. Mein Problem mit den iPhone-Selfie-Kameras insbesondere ist einfach, dass ich da immer so rote Haut habe. Das sehe ich immer so. Ich habe wirklich einfach Pech mit den Apple-Standard-Einstellungen. Ich sehe da immer so rot aus. Darum, ich mag meine Sony-Kameras, die großen, einfach immer noch sehr, sehr gern. Und die kann man halt schon nicht ganz, also ich habe es auch mal vorgeführt, als ich ein Video hier drin gefilmt habe. Was war es? Ah, es war ein YouTube-Short, genau, wo ich keine Zeit hatte, die große Kamera zu nehmen. Da habe ich das iPhone mal hingestellt und es sieht dann halt schon nicht gleich schön aus. Gerade wenn man Indoor ist mit der iPhone-Kamera und es ist nicht, hat nicht wahnsinnig viel Licht zerbröselt, ist dann halt schon sehr, sehr schnell. Was halte ich von Arizona? Hm, ich bin nicht sicher, ob ich da mal war. In Utah war ich, in Colorado. In Kalifornien ist da Arizona dazwischen, jetzt bin ich gar nicht sicher. Ich bin geografisch lausig, was die Bundesstaate angeht. Also ich würde, wenn ich da war, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, ja, Losles ist ein gelöstes Problem, mit dem richtigen Codex geht das schon, aber das ist ein bisschen wie mit 8K-Videos in Handys. Ganz viele Handys können jetzt in 8K filmen. Das ist einfach nicht nötig. Was viel wichtiger wäre, dass Handys Zeitlupe in 4K könnten, aber das können sie eben nicht, weil das ist viel anspruchsvoller. Das kann nur das Sony-Handy, das Xperia, und wird sehr heiß und der Akku ist sofort unten. ISO-Monitor ist natürlich der Profi-Standard. Die lieben Profis, wir haben bei uns im Büro, haben wir ganz alte ISO-Monitore, die aber so lausige Auflösungen haben, dass ich die gar nie einschalte und immer direkt am MacBook arbeite. Und ja, ISO-Monitore sind super für Profis. Mir reicht mein Studio-Display. ISO-Monitore kosten etwa gleich viel, wenn sie gut sind und sehen leider nicht so toll aus, schauen meistens aus wie irgendwie so ein Plastikbomber aus den 90, ja sagen wir aus den Nullerjahren. Markus verabschiedet sich, ja, ich mache jetzt dann auch bald Feierabend. Kultitube freut sich, mich live zu sehen, mich freut es, dich live zu lesen. Okronus hat noch eine Zubehörfrage. Würdest du Magic Keyboard 2, Maus 2, Trackpad 2 noch empfehlen? Ah, wegen dem Lightning. Ich nutze hauptsächlich sowieso das Logitech-Zeugs und das Trackpad, aber das ist so mühsam. Jedes Mal denke ich, jetzt lade ich es schnell und dann merke ich, ah nein, das braucht ja Lightning. Die Leute schreiben mir ja immer wieder, Raphael, warum hast du USB-A so sehr und lästerst immer nur darüber? Ich lästere also auch genauso über Lightning. Ich mag beide nicht. Ich muss vielleicht morgen mal ein Video dazu machen. Mimo an mich. Warum hast Raphael USB-A? Klammer und Lightning. Auf die Frage von Kronos. Wenn du eine Tastatur jetzt brauchst und die von Apple haben möchtest, würde ich sie trotzdem kaufen, weil so oft muss man sie ja nicht laden, aber ich denke schon, dass da früher oder später eine Alternative mit USB-C kommt. Ich war ja ein bisschen enttäuscht. Ich dachte da im Rahmen des Studio-Display und Mac Studio würde schon auf USB umgestellt, wurde aber nicht und jetzt mit dem Mac Mini auch wieder nicht. Also sie lassen sich da ganz schön Zeit. Vielleicht kommt es dann mit dem Mac Pro. Also das wäre ja dann schon sehr Pro. Beste Windows-Laptop für Programmierer. Da ich selbst nicht programmiere, bin ich da sehr, sehr am Anschlag. Also ich mache natürlich persönlich sehr die Surface-Geräte, weil ich einfach ich mag es sehr, wenn man die Hardware von den Leuten hat, die die Software machen und die Surface, das Surface-Team mag ich einfach sehr. Die haben, die sind auch sehr auf meiner Wellenlänge und ich bin aber eher so Surface Pro, also das Tablet, was auch ein bisschen Laptop ist, Wellenlänge. Wenn ich mir jetzt ein Gerät kaufe, ich hatte früher immer Asus-Laptops, habe ich aber aus den Augen verloren, ehrlich gesagt. Dell mit den XPS gefällt mir sehr, sehr gut immer wieder. Ich denke, ich würde irgendwo darum entscheiden. Die neuen Samsung-Laptops sollen toll sein, aber die gibt es in der Schweiz nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die in Deutschland habt oder in Österreich. Ich weiß gar nicht, wo du her bist, aber es ist schwierig. Laptop-Tipps mit Windows drauf. Ich würde mir ein Surface kaufen, aber da ich deine Anforderungen zu wenig kenne, ist es schwierig. Ja, die Apple Watch 8 gibt es leider nicht in Titan. In weisser Voraussicht habe ich mir die Siebener vor zwei Jahren in Titan gekauft. Nein, das war einfach Glück, weil ich dachte, die Siebener sei langweilig, habe ich mir sie in Titan gekauft, um mal ein anderes Metall auszuprobieren. Was sich rückwirkend als riesiger Glücksgriff erwiesen hat, weil es es ja nicht mehr gibt, aber das ist ja immer so ein bisschen mit diesen Editions, also den spezielleren Varianten der Apple Watch. Die kommen mal, dann gehen sie wieder, dann kommen sie wieder. Ich warte ja immer noch auf das Comeback von Keramik, ehrlich gesagt. Ich habe mir nie eine Keramik Apple Watch gekauft, das wurmt mich ein bisschen. Falls es die Neuner in Keramik gibt, könnte ich dann wieder mal schwach werden. Desion findet die 5er immer noch großartig. Ja, unbedingt. Die 5er ist super. Ist ja die erste mit dem Immeran-Wildschirr. Ich würde die 5er jeder SE vorziehen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, da ganz der Punkt von Alex. Das stört mich an der Ultra, dass sie oben flach ist. Doch, da ist sie. Wie kriege ich die Reflexion hin? Da. Sie reflektiert darum auch nicht so schön. Oben abgerundet hätte ich auch schöner gefunden. Ist halt dann nicht ganz so robust, hat mir neulich jemand geschrieben. Ja, ja. Wie habe ich Malte eigentlich kennengelernt? Das ist eine ganz gute Frage. Ich vermute, via Twitter und via seinen Podcast. Da sind wir uns einfach so ein bisschen über die Wege gelaufen und haben uns irgendwie überschnitten und dann gemerkt, dass wir so ein bisschen dieselben Interesse haben und da haben wir immer mehr hin und her geschrieben. Und Jean-Claude kenne ich halt schon ewig. Der ist hier schon fast Inventar in der Schweiz. Vermutlich, ich würde sagen, via Twitter, Jean-Claude und natürlich ihren Podcast. So habe ich ihn, glaube ich, kennengelernt. Ja, das mit den schmalen Handgelenken und der Ultra ist so eine Geschmackssache. Es gibt Leute, die es mögen, an schmalen Handgelenken wuchtige Uhren zu tragen. Kann auch grossartig ausschauen, aber das mögen nicht alle. Darum der alte Tipp, den ich immer wieder sage, anprobieren, anprobieren, anprobieren. Man weiss nicht im Voraus anhand von Millimetern und mit Massbändern, ob einem eine Uhr passt, ob sie bequem ist, ob sie einem steht. Man muss leider anprobieren. Das ist ein bisschen wie mit Kleidern oder Schuhen. Nur weil man die Schuhgröße weiss, weiss man halt doch noch nicht, ob es passt. Ja, Kultitube hat es auch schön zusammengefasst. Es ist halt präsenter am Arm. Das auf jeden Fall. Das ist schon ein Statement-Dings. Das Saphir-Glas kann man polieren, sagt Fabian. Wusste ich nicht, aber gut möglich. Aber ich würde eh nichts ausserseitigen, ganz schlimmen Kratzer drauf. Aber bloß nicht das Metall polieren. Das ist ja der größte Fehler, den man bei mechanischen Uhren, gerade bei Vintage-Modellen machen kann, dass man sie poliert. Da geht dann ganz schnell ganz, ganz viel Sammlerwert futsch. Wo wir es von Monitoren haben, der Samsung M8, den finde ich immer noch toll. Da hatte ich ein bisschen Pech beim Test meiner, ich hatte einen der allerersten und der hatte einen Knick drin, der war ein bisschen zerbogen. Irgendein Transportfehler. Kann immer mal passieren. Meine erste Apple Watch Series 7 in Titan war der Bildschirm nicht richtig eingesetzt. Die muss ich dann auch austauschen lassen. Das kommt in den besten Familien vor. Nein, der M8 gefällt mir sehr. Ich finde das Vorgängermodell, den M, heisst der M7, kann das sein? Der ist einfach preislich so absolut unschlagbar. Der ist immer mein Budget-Tipp. Hat ja noch den eingebauten Fernseher sogar. Aber der M8 ist sehr schön und darum bin ich so gespannt auf diesen neuen Samsung-Monitor, der da, ich glaube auch 5K-Qualität hat und sehr aufwendig daherkommt. Auf den bin ich sehr gespannt. Ist er aus Plastik? Ist er aus Alu? Keine Ahnung. Ich weiss den Namen nicht. L, irgendwas vielleicht. Ja, kommt immer so ein bisschen auf die Lautsprecher an und die ganze Kette, wie man es hört. Aber ja, ich mag Apple Music ehrlich gesagt auch sehr. Ich bin ja großer Spotify-Kunde, aber ich überlege immer wieder zu wechseln, weil mich Spotify immer mal wieder ärgert. Einmal haben sie mich geärgert, als fremde Leute in unserem Familienkonto waren. Da habe ich mal einen Artikel dazu geschrieben. Könnt ihr mal, was euch das interessiert, müsst ihr mal googeln nach, wie ich den Hacker kennenlernte, der mein Spotify gehackt hat oder irgendwie so hieß der Artikel. Ist schon ein Weilchen hier. Ich habe dann den einen kennengelernt, der in meinem Spotify war. Hab mit dem gesprochen. Das war ein lustiger Artikel, aber ist auch schon lange her. Neulich haben sie mich wieder geärgert, weil man die blöden Podcasts nicht aus Spotify verbannen kann und manche Podcasts haben Video und die Kinder dürfen manchmal Spotify hören und da hat der Jüngere, der Fünfjährige, hat dann irgendwann rausgefunden, dass er Minecraft-Filmchen gucken kann, wenn er die richtigen Podcasts findet. Habe ich auch Spotify gefragt, ob man das irgendwie verhindern kann. Haben sie nur gesagt, die App sei ab 13. Ja, Kulti-Tube, vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber ja, ich fühle mich auch ertappt. Ich habe mir auch nie eine aus Alu gekauft. Gebe ich an der Stelle zu. Ich liebe einfach die Haptik von Stahl und dem Saphir-Glas obendrauf und jetzt mit der Ultra auch nochmal. Spannende Frage zu Dolby Atmos auf den AirPods. Ich finde ja, auf den Kopfhörern ist es eine lustige Erfahrung, Dolby Atmos. Es ist ein bisschen was anderes, als wenn man es mit Lautsprechern hat. Wird dir dann spannend, wenn die HomePods haben, ist es ja schon mit Dolby Atmos. Es ist höllisch kompliziert übrigens, Dolby Atmos auf den HomePods abzuspielen. Meine Güte. Vielleicht muss ich mal ein Video dazu machen, das ist so ein Blödsinn, dass das nicht einfacher ist. Weil mit Airplay kann man es ja nicht auf die HomePods schicken, Dolby Atmos. Man muss die HomePods fernsteuern, dann Apple Music aufdrücken und dann irgendwann hat man Atmos. Kommt jetzt dann auch mit dem Sonos 300. Da wird es auch sehr, sehr spannend. Aber da müssen wir dann ein andermal drüber sprechen. Ich habe ihn ja nur einmal kurz vorab gehört, da in der Präsentation. Jojogi streut Salz in meine Wunde. Darauf warte ich seit 100 Jahren. Ist immer auf meiner Wunschliste. Seit der zweiten Apple Watch oder so. Wenn sie endlich mal unabhängig wird. Das wäre ein Traum, wenn die Apple Watch an iCloud hängen würde und nicht an einem iPhone. Könnte ich einfacher iPhones wechseln. Könnte auch mal besser etwas mit Android noch ein bisschen mehr machen. Könnte es vom iPad aus steuern. Die Garmin-Uhren machen das ja so schlau. Das, was viele Leute an Garmin nicht begriffen haben. Der grösste Trumpf von Garmin sind nicht die Uhren oder die Ausdauer. Es ist dieses Garmin-Connect-Dings. Es ist so einfach, eine Garmin-Uhr von einem Smartphone aufs andere zu migrieren. Weil halt eben alles in dieser Uhr und in der Cloud hängt und nicht noch fix an einem Telefon blockiert ist. Ich hoffe, Apple kriegt das irgendwann hin. Das nervt mich so. Wo wir es vom Sonos 300 hatten. Ja, den 100 habe ich auch gehört. Da an diesem Vorab-Event, wo ich ein kurzes Video dazu gemacht habe. Da hat er auch sehr, sehr gut geklungen. Ich hatte nie einen Sonos One. Aber der Sonos One war ja nur ein Monolautsprecher. Und der Sonos Aera 100 ist ja ein Stereo-Lautsprecher. Das macht schon noch mal was aus. Aber da müssen wir dann demnächst mal viel, viel ausführlicher drüber sprechen. Muss ich dich noch ein bisschen vertrösten. Na, bin ich zu spät. Es ist gleich Feierabend. Mal schauen, wie spät haben wir denn? Oh, es ist doch schon halb elf. Jetzt muss ich schnell nachgucken. Sind wir schon zwei Stunden dran? Das ist natürlich noch ein Trick. Dadurch, dass Malte die erste Stunde hier war, habe ich das Gefühl, wir haben noch gar nicht so lange geplaudert. Weil ich hier die erste Stunde nur mit Malte geplaudert habe. Amigaboy fragte, was ich für ein Programm nutze, um doppelte Bilder und Dateien zu filtern. Ich glaube, von CleanMyMac gäbe es so ein Programm, was aber noch mal extra kostet. Da zahle ich sicher nicht dafür. Ich nutze einfach, weil ich ja Apple Fotos nutze. Da gibt es ja die Funktion Duplikate. Und das nutze ich einfach immer, um doppelte Fotos rauszupfeffen. Weil mir passiert es hin und wieder, dass ich Fotos von der Kamera zweimal, einmal aufs iPhone und einmal aufs iPad einlese und dann schmeiße ich sie einfach so raus. Ich hatte neulich auch das Problem, dass ich von meiner Sony A7 IV habe ich den Import, weil Sony wieder eine neue App hat, um Himmels Willen, hat es dann wieder nur zwei Megapixel-Varianten eingelesen und nicht die vollen 33 Megapixel. Und dann habe ich alles noch mal neu einlesen müssen und mit dieser Duplikate-Raus-Funktion hat sich das dann sehr, sehr leicht lösen lassen. Ja, im Bad ist der Play One super. Der Play One ist eh ein guter Lautsprecher. Ich habe im Bad den Nest Audio, also den etwas so großen Nest. Weil ich dann immer rufe, okay, spiel Radio BBC Six. Dann kann ich beim Duschen Radio hören. Das ist eigentlich so ziemlich die einzige Situation, wo ich Sprachsteuerung sehr, sehr gerne mag. Und in der Küche auch, da ist auch ein Google-Gerät bei uns. Weil wenn ich am Kochen bin oder unter der Dusche, kann ich nicht irgendwelche Geräte bedienen. Da brauche ich Sprachsteuerung. Da kommandiere ich dann jeweils, dass die Lautsprecher bitte BBC Six spielen mögen. Aber Pat Fox, was ich halt an der Apple Watch habe, das ist mal wieder das bandbreite Armband. Da gab es ja die Kontroverse, dass die Armbänder dann nicht so gut gepasst haben. Sie hatten mal eine Zeit lang ein bisschen Pech mit den Armbändern, aber das hier ist, ups, wo muss ich hinhalten? Das hier passt sehr, sehr gut, wackelt auch praktisch gar nicht. Nein, also, wie behalte ich das? Das ist ein bisschen zu... Die Farbe ist nicht 100% perfekt, aber sehr, sehr nah dran. Nein, damit bin ich super zufrieden. Ich wechsle wieder zurück. Das Fußpedal ist heute ein bisschen langsam hier im Livestream. Nein, ich habe das Video dazu gemacht und das Armband sehr gelobt. Danach haben mir sehr viele Leute geschrieben, sie hätten sich auch eins gekauft und bei ihnen hätte die Schließe überhaupt nicht gepasst. Bandbreite hatte da wirklich ein bisschen Pech und hat eine nicht so gute Lieferung wohl gekriegt. Aber ich glaube, inzwischen sollte das behoben sein. Ich muss mal wieder schauen, was sie da noch so für Armbänder haben. Ich mag die Bandbreite Sachen. Ich hätte mir neulich um mein Haar das Limited Edition gekauft, was sie da hatten. Dieses Weiße, was anscheinend aus dem alten BMW ist. Da mir Autos schnurzegal sind, weil mir das egal hat, ich mag weiße Uhrenarmbänder. Aber da es limitiert war und nur beschränkte Stückzahl, als ich dann dachte, ja komm, vielleicht kaufst du es doch. Hatte es zum Glück keine mehr. Also das war gut für mein Budget. Oh, ich habe wieder Bandbreite gesagt. Ich kriege es wirklich nicht auf die Reihe. Ich sage Ihnen immer Bandbreite. Bandbreite ist die unglaublich coole App, wo man alle Uhrenarmbänder sortieren kann. Die Manufaktur heißt Bandwerk. Verdammt nochmal. Ich muss mir das wirklich ja, nein, ich verwechsel das immer. Die Bandbreite App kann ich euch auch mal noch zeigen. Habe ich sie hier? Chip. Bandbreite hier. Das hier ist die Bandbreite App. Da gibt es immer alle Armbänder, die man möchte. Da kann man sich alles durchgucken. Sortiert nach Spring Collection beispielsweise. ist nach Farben. Das spektakuläre Hermès. Ganz eine tolle App, die sie da gemacht haben. Und ich verwechsel die immer mit dem Hersteller, der Armbänder. Der Armbänder Hersteller heißt Bandwerk. Ja, man kann sich es eigentlich einfach merken. Das, was eher eine Manufaktur ist, ist ein Werk, macht die Armbänder. Und der Bandbreite ist halt die App. Mal schauen, ob ich das noch irgendwann auf absehbare Zeit hinkriege. So, das gehe ich jetzt zu Hause üben. Ah, Berliner hat das Lazarus in Tern bestellt. Ah, ja. Ich hoffe, er ist zufrieden. Haben dir die Anschlüsse gut gepasst? Hast du es für die Ultra bestellt oder für die normale Apple Watch? Würde mich noch interessieren. Was haben Sie da für Wasserdiskussion? Was haben Sie da für Wasserdiskussion? Also, die haben da auch schon allen Aufwand betrieben, um sie Wasserdicht zu machen. Ich weiß gar nicht, hat Johnny Eiffard mal erzählt, wie aufwendig es war, da die Mikrofone Wasserdicht hinzukriegen und so. Nein, die war schon Wasserdicht. Apple war einfach ein bisschen vorsichtig bei der ersten Generation, vermute ich mal. Vielleicht haben sie da mal ein bisschen getestet und dann geschaut bei der zweiten und haben da dann vielleicht noch irgendwo ein bisschen bessere Dichtungen reingemacht. Aber ich glaube nicht, dass die eine jetzt viel, viel schlechter Wasserdicht war als alle, die danach kamen. Ja. Wenn man das einfach so auf den Lade-Dock legen könnte. Ich hätte das ja, das hat mich ja auch genervt beim Mac, wie heißt das, AirPods Max, dass man die nicht elegant laden kann, dass man die dann mit diesem blöden Lightning-Kabel laden muss. Darum habe ich mir das den Max-Stand gekauft von Lade-Dock, wo man die AirPods Max damit laden kann. Da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Das ist schon sehr cool. Das Problem ist, es blockiert halt auch mit dem blöden Lightning-Anschluss und wenn man dann auf Reisen ist, muss man sie da rausfriemeln und so ganz ist es noch nicht. Ah, Berlin hat es für die Ultra bestellt, aber sie ist noch unterwegs. Ah, da kannst du dich freuen auf die Lieferung. Erstens liefern sie unglaublich schnell in die Schweiz per UPS und die Verpackung ist auch toll. Also da kriegt man wirklich was geboten. Ich hoffe, alles klappt damit. Was mich davon abhält, von Spotify zu Apple Music zu wechseln, in erster Linie ist Spotify Connect, was unglaublich praktisch ist. Airplay von Apple ist einfach mühsam, wenn ich aus dem Haus gehe oder nur schon in den Keller, dann hört die Musik auf. Und der Spotify Connect dudelt einfach weiter, man kann auch die Geräte überall hin. Spotify Connect ist so, eigentlich Airplay 3 müsste es sein wie Spotify Connect. Das ist super praktisch. Dann ist halt die halbe Verwandtschaft bei uns auf Spotify drauf, im Mega-Familien-Konto. Das wäre schwierig. Dann habe ich ganz viele Playlists, die zu migrieren ist mühsam. Ich habe schon so Migrationstools ausprobiert. Habt ihr das Gebrummel gehört? Der Eve Thermostat hat gerade die Heizung hier ein bisschen angepasst. Ah, der Kurbel da und dreht da ganz wild rum. Nein, meine Playlists zu migrieren, davor graust mir, weil ich habe das auch schon ausprobiert mit diesen Tools. Dann haben sie manche Alben nicht, dann gibt es Lücken, dann haben sie den falschen Song, dann muss man alles von Hand wieder korrigieren. und das Problem ist, dass ich einfach schon so lange Spotify habe, dass ich da ganz, ganz viel Zeit rein investiert habe in Playlists und Sachen und da grauen wir ein bisschen davor zu wechseln. Andererseits ist die Musikauswahl bei Apple einfach besser. Es gibt wirklich ein paar Songs, die ich nur bei Apple habe und nicht bei Spotify. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich im Verlauf des nächsten Jahres zu Apple Music wechsle. schweren Herzens, weil wie gesagt, Spotify Connect ist gerade auf den Google Lautsprechern und auf den Sonos Lautsprechern einfach besser als Airplay. Ganz eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob Apple da nochmal einlenkt und davon rauskommt. Aber wenn sie es machen, gibt es natürlich eine Riesensensation und blum, 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 Colors, Colors, Colors. Ich sehe schon die Werbekampagne. Ich denke schon, dass das irgendwann kommt, aber damit warten sie noch ein bisschen. Momentan verkaufen sich die Airpods ja so unglaublich gut, da müssen sie gar nicht Farben machen. Im Gegenteil, weil sie wirklich alle weiß sind, sieht man auch, wer welche hat. Das ist ja jeweils auch nicht unwichtig. Edward fragt, warum mir, warum sein Livestream angezeigt wird, wenn er nach dem Acara G4 sucht. Vielleicht, weil ich eine Acara Kamera da hinten stehen habe oder weil wir vorher mal über Eve-Produkte gesprochen haben vor zehn Sekunden. Nein, keine Ahnung. Ich habe mal die Acara Kamera getestet, als ich vorgeführt habe, wie unglaublich großartig das HomeKit Secure Video ist. Das ist so eine tolle Funktion, die die meisten Leute nicht kennen. Müsst ihr mal googeln. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, und Apple erklärt es auch. Manche Webcam oder manche Überwachungskameras kann man direkt an die iCloud anhängen. Das ist so viel besser, als wenn es da auf irgendwelche halbsicheren Server irgendwo anders geht. Also das wirklich HomeKit Secure Video ist und die Acara Kamera kann das eben. Ich habe schon auch von Wasserstellen bei der Apple Watch mal gehört, aber ganz, ganz wenige. Da hat es dann irgendwie geblubbert und dann war die Uhr halt futsch. Weil sie hatten ja anfangs ein bisschen Probleme, dass sich die Bildschirme abgelöst haben. Johnny Ive mag zwar Farben, ehrlich gesagt, aber er mag es halt auch sehr schlicht. Aber er hat ja auch nichts mehr zu sagen bei Apple, also von daher muss man sich da keine Sorgen machen. Aber man darf es auch nicht überbewerten. Es ist jetzt nicht jedes Produkt, der bei ihm über den Tisch gelaufen. Er hat da gesagt, Farbe weg, 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 weg. Max ist zu die so gewechselt. Das sind die Franzosen, glaube ich, gell? Die habe ich auch nie wirklich ausprobiert. Ich weiß, dass es die gibt, aber was für die spricht, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht eine Alternative. So, ich würde sagen, wir machen hier langsam Feierabend. Es wird nämlich wirklich langsam ein bisschen spät hier. Und morgen ist auch noch ein Tag. Ah, komm, das machen wir noch, weil ich es so einfach beantworten kann. Yannick fragt nach Erfahrungen mit AppleCare. Habe ich null. Ich habe wirklich noch nie AppleCare abgeschlossen. Auch jetzt nicht für mein sehr, sehr teures iPad, was ich mir gekauft habe. Das M2er Pro mit viel Speicher drin und allem drum und dran. Nein, ich bin nicht so Fan von Versicherungsmodellen. Aber ich glaube, AppleCare ist wirklich sehr, sehr vernünftig, wenn man der Typ dafür ist. Aber ich habe das jetzt nicht gemacht. Aber ich bin da auch ein lausiges Vorbild, was das angeht. Was wollte ich jetzt nachschauen? Ah ja, hier. Nein, nicht die AppleCare. Ich weiß auch gar nicht, was es kostet, ehrlich gesagt. Also sind immer noch 360 Leute hier. Eieiei, aber ja, wie gesagt, wir müssen Feierabend machen. Noch schnell schauen, was die letzten Fragen sind. Ah, Markus holt sich eine Ultra. Da gratuliere ich und wünsche hoffentlich viel Vergnügen damit und hoffentlich gefällt sie dir so gut, wie sie mir gefällt. Nein, lieber Markus, sicher ist es nicht, dass das neue iPhone mit USB-C kommt. Früher oder später kommt eins mit USB-C, aber die Chancen stehen sehr gut, dass es dieses Jahr der Fall ist. Die Frage ist ein bisschen, haben alle Modelle USB-C und was für USB-C haben sie? Gibt es irgendwelche Einschränkungen? Hat das Pro dann vielleicht Thunderbolt und viel, viel schneller? Gibt es irgendwelche Kabel, die dann vielleicht Sachen können, die andere nicht können? Also es sind noch ganz, ganz viele Fragen offen und da sollte man jetzt, es gibt immer ganz, ganz viele Artikel und Videos, wo es darin so ausschaut, das wäre alles schon gesetzt und sicher. Äh, nein. Vor einem Jahr dachten alle Leute noch, das iPhone 14 Pro hätte zwei Löcher im Bildschirm. Ja, hatte es dann schon, nur die zwei Löcher sieht man halt nicht, weil Apple noch die Dynamic Island drumherum erfunden hat. Also da sollte man sehr, sehr entspannt sein, was diese Gerüchte angeht und einfach mal abwarten. Also da, man sieht überall so ein bisschen Puzzleteilchen, wo es hingeht. Es ist offensichtlich, dass USB-C ein Thema ist, aber wie es dann genau ausgeprägt ist und verwendet wird und was es an Zubehör gibt und was mit MagSafe wird, das ist immer so ein viel größeres Picture und das, ja, da muss man einfach abwarten. Aber es sieht schon sehr danach aus. Also ich denke auch, dass es mindestens ein iPhone mit USB-C geben wird. Regnerisch? Regnet? Stimmt, bei uns hätte es eigentlich regnen sollen um 8. Ich muss mal schauen, ob es regnet draußen. Ich höre auf jeden Fall nichts. Schüpp, 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 schüpp. Meteor Schweiz. Haben wir Regen. Ah, wie schön. Meilenweit kein Regen. Der Regen ist da hinten. Dann kommt jetzt erstmal zum Kollegen Jean-Claude Frick in Bern. Aber da bei uns kommt noch länger nichts. Aber da unten schneit es schon wieder. Ja, nächste Woche soll kalt werden. Brrr. So, also das, ja, die ist hier und verteidigt und zeigt, es ist ein Kalm, was sonnig. Das ist sehr gut. So haben wir ihn da. Jetzt wollen wir eigentlich Schluss machen und dann kommt Daniel mit so einer grundlegenden Frage. Wie schaut dann das iPhone 2030 aus? Die Frage ist, ob wir dann noch ein iPhone nutzen oder ob dann das iPad das Standardgerät ist, weil man es zusammenklappen kann und die Hosentasche nimmt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dann das iPhone mindestens in den Pro-Modellen vielleicht irgendwie faltbar und erweiterbar ist. Aber dass wir dann schon alle die Wunderbrille tragen und irgendwelche Projektoren am Handgelenk haben, glaube ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich denke, das dauert alles ein bisschen länger, als mir lieb wäre. Marilo wünscht einen schönen Abend allen und danke für den coolen Stream. Ja, da danke ich auch. Also dieser Stream wäre ja nur halb so, na warte, was heißt halb so lustig? Dieser Stream wäre überhaupt nicht lustig, wenn nicht so viele tollen Fragen jeweils kämen. Der lebt ja nur von euch. Das habe ich ja mit Malte scherzhaft besprochen, dass ich mich ja nicht groß vorbereiten muss auf sowas. Ich muss einfach schauen, dass die Technik läuft und da sein. Ohne die schlauen Fragen und die guten Einwände und die guten Diskussionen hier wäre das ja alles schrecklich langweilig. Ja, dann hat es entdeckt, das iPad will aufgeladen werden. Das ist das Problem mit dieser Paperlike-Folie. Ich mache das iPad dann immer viel, viel heller, als ich es sonst mache und dann geht der Akku viel schneller runter. Das ist wirklich lustig. Ah, die Sion hat noch einen zynischen Scherz des Abends. Ja, da gehe ich auch davon aus, dass das iPhone 2030 sicher nicht billiger geworden ist. Erstens natürlich wegen der Wirtschaftsentwicklung und zweitens, weil Apple auch festgestellt hat, dass die Leute für den wichtigsten Computer in ihrem Leben gerne auch ein bisschen mehr Geld noch ausgeben, als sie das aktuell können. Ich sage es ungern, aber man sollte nicht alles glauben, was der Kollege Frick da über Wetter in St. Gallen erzählt. Bei Fabian regnet es auch noch nicht. Ja, nein, nein, da haben wir noch Glück. Also, Alex bedankt sich auch noch aus München. Ich bedanke mich aus St. Gallen und würde sagen, falls der Livestream gefallen hat, unbedingt noch Daumen nach oben drücken, Abo abschließen. Wer noch nicht hat, ja, die üblichen Formalitäten halt und dann sehen wir uns im nächsten Video, was ich noch keine Ahnung habe, was es wird. Vielleicht mache ich morgen Vormittag noch schnell eins. Könnte ich das zu USB-C und USB-A mal machen. Das wäre eigentlich noch eine Gelegenheit. Ja, die Frage mit dem großen Falt-iPad, ja. Aber da sprechen wir dann ein andermal drüber. Begran freut sich noch auf den nächsten Stream. Weißt du schon, wann es soweit sein wird? Nein, das ist das Ding, diese Livestreams sind immer so ein bisschen ad hoc. Den heutigen konnte ich relativ lange im Voraus ankündigen, weil ich ja mit Malte absprechen musste, wann er Zeit hat. Tendenziell läuft es meistens so auf Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag raus. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn es Neuheiten gibt, dann sowieso. Und kommt halt auch immer drauf an, ob ich Zeit habe und wie es gerade ausschaut und wie viel ich den ganzen Tag durchgearbeitet habe und ob ich dann noch irgendwas am Abend fertig schreiben muss und so. Auch das ist das Tolle hier an diesem YouTube-Live. Ich kann das ja einfach nach Lust und Laune entscheiden. Früher beim Radio wusste ich einfach, meine Sendung ist immer Sonntag von zwei bis vier. Aber das wäre ein bisschen anspruchsvoll, wenn ich diesen Livestream jede Woche zur selben Zeit machen würde. Darum ist das alles so ein bisschen improvisiert, aber da ist ja aufgezeichnet, wenn man es entspannt nachgucken kann, ist das glaube ich auch nicht so ein Drama. Wetter in der Schweiz ist neutral. Ich wünsche einen neutralen Abend und auf ganz, ganz bald und danke fürs Zuschauen. Tschüss.